Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Podcast, Folge 101. Es ist der 15. Dezember, wenn ihr uns hört, 2021 logischerweise. Fangen wir mit einer einfachen, unkomplizierten Frage an, Herr Glöckler. Sind NFT-Fans Rassisten? Wow, da gibt es auf jeden Fall Studien zu. Also es gibt auf Bloomberg einen Artikel dazu und der zeigt, dass weiße, männliche Kryptos, Punks zum Beispiel, für mehr gehandelt werden. So, und dein NFT ist jetzt geschlüpft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Und der sieht auch, als wäre ein bisschen länger im Solarm gewesen aus. Und der Preis liegt deutlich unter dem Durchschnittsfloor, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, also ich habe keinen Lotto-Gewinn. Dass der Preis unter dem Durchschnittsfloor ist, scheint irgendwie normal zu sein. Das war auch bei den Ungeschlüpften ja so. Ungeschlüpft wäre meiner aktuell noch mehr wert. Moment, also die Random-Chance auf irgendeinen Clone-X-Avatar wäre gerade wertvoller als dein dunkelhäutiger Avatar. Genau. Aber ich bin auch nicht so unzufrieden. Ja, Glückwunsch, du musst 80 Prozent, ne? Also wenn du das Angebot annehmen würdest. Also jetzt, ich könnte jetzt hier annehmen und dann würde ich 5,6361 Ether bekommen. Ja, jetzt muss man dazu sagen, du rechnest schon gar nicht mehr in Dollar oder Euro, ne? Also jetzt muss man dazu sagen, dass die Ether natürlich weniger wert sind. Also sind 20 Prozent weniger wert als vorletzte Woche, als du das gemacht hast. Vielen Dank für den Fiat-Währung. Du denkst schon gar nicht mehr in Fiat-Währung, du bist schon komplett in der Ether-Welt. Aber, also was ich anerkenne dir auf jeden Fall sagen muss, ist, du hast mal wieder den Trüffelschwein-Bonus sozusagen gezogen und bist als letzter noch auf diesen NFT-Zug aufgesprungen, kurz bevor Artefakt, die dir empfohlen worden sind oder die du dann auch auserkoren hast als dein erstes NFT-Investment, von Nike übernommen wurden. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Gute Nase. Was denkst du, wie viel hat Nike dafür hingelegt? Also du hast mir erzählt, dass die neunstellig Umsätze machen mit diesen 20.000, also sie haben 20.000 von diesen Avataren produziert. Da musst du mir gleich mal erzählen, wie das geht. Beim Preis von zwei Ether kommt man irgendwie auf eine ordentliche Millionensumme, ne? Ja, also genau, die scheinen irgendwie vor diesem ganzen Ding schon mal so 50, 60 Millionen gemacht zu haben. Dann haben sie bei diesem Verkauf wohl 100 Millionen gemacht. Andresen Horowitz hat ja 8 Millionen investiert im Mai. Damals waren sie noch 33,3 Millionen. Aber ist auch geil, dass wenn du 150 Millionen an Wert virtuell schaffen kannst, dass dann trotzdem 8 Millionen VC nimmst. Aber ich meine, das hilft dir bestimmt, ein paar andere Tasks zu lösen. Ich würde sagen, die haben 2 bis 3 Milliarden bekommen von Nike. Wahnsinn, oder? Für so ein paar Bilder? Für so ein paar Bilder. Und das möchte ich jetzt einmal verstehen, das sind 20.000 Bilder. Ist das so, dass die einfach so durchgemischt werden? Also es gibt verschiedene Hauttöne, verschiedene Haarfarben, verschiedene Haarfrisuren, ein bisschen Schmuck, Items, so Sonnenschirme, Brillen, Flügel, sowas. Und das wird einfach alles nur komplett rekombiniert? Ich würde sagen, wie bei jedem Startup, am Ende ist die Magie im Google Sheet und dann wird da zusammengewürfelt mit hier, das Property kommt dahin, da, da, da und das war's. Okay, also man baut irgendwie für jedes Charaktermerkmal baut man 10, 20 Ausprägungen und dann hat man, keine Ahnung, bei 10 Merkmalen 10 hoch 10 verschiedene Varianten. Genau, also jetzt, wenn ich auf meinen gucke, meiner hat, also das kann man auch öffentlich, ich verlinke meinen mal wieder, hier in die Shownotes, dann kann sich das jeder angucken. Und das steht dann bei Properties, dass der zum Beispiel Human ist, dass es 50, 50 Prozent sind Human. Dann steht hier zum Beispiel, dass der ein Earring hat, das haben nur zwei Prozent und was bei mir am seltensten ist, ist zum einen die Jacke, die ich habe, das ist unter ein Prozent und mein, mein Visor, da, meine aufgeschnittene Cappy, das haben nur 0,43 Prozent. Und du hast ein drittes Auge, das wie aber noch nicht, das ich noch gar nicht erkannt habe, wo ist denn das dritte Auge versteckt? Siehst du das? Third Eye, steht da bei Eyewear. Hast du unter dem Pony ein drittes Auge? Wie in der Mitte? Ah ja, stimmt, doch, das habe ich, ah ne, ne, das sind die Haare. Also, puh, keine Ahnung, so genau habe ich mir den Typ noch nicht angeguckt. Aber da steht, es gibt irgendwo ein drittes Auge, wo ist das versteckt? Vielleicht unter dem Cappy? Müssen wir uns nochmal, genau, ne, das ist da, es scheint unter den Haaren zu sein, bei denen, ich schaue jetzt gerade, bei den anderen ist es unter den Haaren. Eine Sekunde, man kann dir das anklicken, dann sieht man das. Ach stimmt, das ist ja lustig, also du hast ein drittes Auge auf der Stirn, dadurch, dass es aber ungünstig mit einer Frisur kombiniert wurde, ist es nicht sichtbar, das Merkmal. Ja, aber für ein drittes Auge vielleicht gar nicht so schlecht, kann man zwei zumachen und mit dem dritten sehen. Durch die Haare, meinst du? Ja, also witziges Experiment, musst du, also, und. Okay, aber flippst du es jetzt, verkaufst du es jetzt? Ja, du meintest ja, ich soll es flippen, ich behalte. Okay, dann andere Frage, welcher Idiot kauft die jetzt, nachdem sie, also dass man darauf spekuliert hat, jetzt verstehe ich, aber warum kauft man die jetzt für teilweise 20 ETH? Keine Ahnung, das müsstest du irgendwie ein CEO von einer führenden Shop-Software irgendwie zum Beispiel fragen, da habe ich keine Ahnung, warum das jetzt heute kaufen. Der hat den Post-Schlüpfen gekauft, also Tobi Lütt gemeistert, der jetzt auch so ein Avatar hat und auf Twitter inzwischen Tobi.eth heißt auch. Der hat zum Beispiel eins gekauft und ich meine, der höchste Preis war 280 ETH für irgendwas jetzt. Das sind, du kannst ja nicht umrechnen, aber das ist über eine Million. Ja. Warum, warum zahlt das jemand? I don't know, das ist die Zukunft. Also ich glaube, Nike hat das gekauft, weil sie gesehen haben. Aber du hast doch total in den Platz, es kommen noch jetzt immer mehr solche. Es gibt doch ja zehn andere Teams. Ich meine, ich verstehe, dass das hier irgendwie der Ferrari der Teams ist, aber es kommen jetzt immer neue Teams. Und das macht jeder, jeder, in zwei Monaten gibt es Lukas Bedolski und Oliver Pocher als NFT-Avatar. Ja, Lothar Matthäus gibt es ja schon. Aber ich glaube, Nike hat das gekauft, um einfach eine Metaverse-Strategie zu haben. Die sehen das, die träumen davon, dass es günstiger ist, irgendwie Bilder von Sneakern zu verkaufen als Sneaker selbst. Und sie wollen halt einfach ein Team auf der Sache haben. Die haben sich verschiedene Sachen angeguckt. Und Adidas hat ja jetzt so irgendwie ein Monkey und zwei andere gekauft und spielt da so mit rum. Und die glauben halt, dass sie da was spielen. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie vor ein paar Jahren als Runtastic und so von verschiedenen gekauft worden ist. Und einfach so, wir brauchen eine Mobile-Strategie. Wir müssen irgendwie ein Mobile-Team haben. Jetzt braucht jeder ein Meta-Team. Und wirst du dann am Ende mehr als einen Avatar haben? Also wirst du, macht es Sinn, 20 davon zu haben? Und wenn ja, warum? Also du kannst ja nicht mit 20 Avataren im Metaverse rumlaufen. Ja, es gibt doch Leute, die haben mehrere Autos. Du ziehst dann jeden Tag einen anderen an, aber dann hast du keine Identität, wenn du jeden Tag einen anderen anziehst. Das ist ja die Zukunft, möchtest du ja ohne Identität leben. Nee, nee, nee. Du möchtest ja schon ein Pseudonym und Credibilität aufbauen, auch im Metaverse. Du willst ja schon wiedererkannt werden, wenn du jemanden wieder triffst. Ah, ich bin mir nicht so sehr. Ich verfolge das jetzt von der Seitenlinie. Ich bin gespannt, was es sonst noch gibt. Nee, du bist ja unsere Speerspitze ins Metaverse jetzt. Verkauft dich mir hier nicht so unter Wert. Du musstest das weiter erklären. Für alle Leute, die sich überhaupt nicht damit abgeben wollen. Ich verrate nachher den Twitter-Account des wahren NFT-Trüffelschweinchens. Und ja, ich finde es super spannend. Ich bin happy, dass ich nicht im Minus aktuell bin. Für den Podcast war es auf jeden Fall gut. Die Folge war eine der besten Folgen und ich denke auch mit einer der witzigsten. Wer sie noch nicht gehört hat, zwei, drei Folgen zurückgehen. Und ja, wir werden sehen, was passiert. Du glaubst, es wird keiner Mode unterlegen. Also das bleibt jetzt ein Classic. Sozusagen, weil das die ersten 20.000 sind. So wie die ersten 20.000 Michelangelos oder Tizians oder so. Ja, also ich würde mal sagen, ich behalte das Ding so wie das M&M-Ticket von 1999. So, das habe ich auch noch irgendwo rumliegen und das hat für mich einen Wert. Und vielleicht, vielleicht wird es halt sowas sein, wie man hat eins der ersten, keine Ahnung, Sneaker oder was auch immer. Es gibt ja auch Leute, die irgendwie den kompletten Kleiderschrank mit unangezogenen Sneakern rumliegen haben. Da finde ich so ein Bild zu haben ganz interessant und die Frage ist halt, was sie jetzt noch anbieten und bauen. Also was für Drops es gibt, was für Geschenke es gibt, was für Zugänge es gibt. Also wenn du verkaufst, wie viel Share kriegen die? Entschuldigung, dass wir noch brauchen, aber wie viel Share? Also die Artefact bekommen 5% und OpenSea bekommt, also der Marktplatz, über das das geht, 2,5%. Das ist aber relativ fair im Vergleich zu sonstigen Marktplätzen. Und meine Hoffnung ist einfach, dass das jetzt so, dass man damit halt auch eine Membership zum Beispiel hat. Also dass Nike zum Beispiel mir jetzt ermöglicht, dass ich irgendwann mal mit Tiger Woods eine Runde Golf spielen kann, wenn sein Rücken wieder hält. Bestimmt. Okay, aber der initiale Sale war jetzt 80 Millionen ungefähr, also zwischen 80 und 100 Millionen. Wenn die so ungefähr für irgendwie, ja, zwei, drei Eter weggesangen sind. Und jetzt kriegen die aber Royalties von diesen, die jetzt für zehnmal so viel verkauft werden, da kriegen sie dann nochmal 5%. Also haben sie schon 50% mehr als 80 Millionen wahrscheinlich. Ja gut, sind ja nicht alle so teuer, aber okay, sie verdienen damit weiter Geld, verstehe. Aber wenn jetzt, also wo, was ist am Ende der Differenziator? Sozusagen der VC würde jetzt fragen, was, wo ist der Mode und wo ist der Differenziator? Es kann doch jetzt jedes Label, jedes Brand, jedes Spiele-Design-Studio, jeder, der sich IP einkauft, irgendwie Teletubbies. Ich kaufe mir Teletubbies IP ein und baue jetzt die Teletubbies. Was zählt mich dran? Klar. Es kann aber auch jeder einen Podcast machen, es kann auch jeder ein Model-Label machen, es kann auch jeder eine App bauen. Jetzt erzähl mir nicht, dass das qualitativ besonders hochwertig war gerade. Boah, ich glaube, dass die schon. Du couldn't be more happy with your NFT? Ja, ich finde, also klar, wenn ich mich links und rechts umgucke, würde ich sagen, ja, wenn das Ding doppelt so viel wert wäre, wäre es cooler, wenn ich irgendwie noch ein Gadget mehr oder irgendwas hätte. Also schon, aber also Fakt ist, es gibt auch welche, die ich wesentlich schlimmer finde. Es gibt einen mit so einem, wo ein Zahn fehlt und sowas, da hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, wirklich jetzt, also that's all I got. So, ich bin happy. Ich könnte damit jetzt so zehn Jahre durchs… Das denke ich auch, also manche Leute haben ja echt so scheiß Dinger, ob du dich da nicht. Aber andererseits, warum so auf Äußerlichkeiten achten? Ja, ich werde damit jetzt die nächsten zehn Jahre durchs Metaverse laufen und dann mal schauen, was passiert. Achso, und das ist die andere Frage, ich habe so viele Fragen und du kannst sie sehr gut beantworten bisher alle. Ich bin froh, dass du interessiert bist auf einmal. Interessiert bin ich immer, ich möchte es ja verstehen und ich möchte am liebsten selber kein Geld, aber wenn ich das mache, verdiene ich wieder gleich Geld. Und du glaubst jetzt, Mark Zuckerberg lässt dich mit dem Ding in sein Metaverse rein, wo er normalerweise zehn Prozent Brückenzoll für alles, was er die Hände wechselt, wahrscheinlich gern haben möchte? Naja, also Mark muss mir ja erstmal wieder… So wie mit Korkgeld im Restaurant, du kannst deinen eigenen Wein mitbringen, aber du musst dann trotzdem 40 Euro zahlen. Die Frage ist ja, ob Mark mich überhaupt noch reinlässt. Ich bin ja überall raus, aber… Achso, stell dir mal vor, Facebook glaubt das einzige Metaverse, dann musst du zurück zu Facebook. Oder gehst du dann fürs Metaverse, um deinen Avatar zu tragen? Achso, und ist das, ich sehe ja jetzt nur so den Oberkörper und den Kopf, aber das ist ein ganzer Avatar oder wie funktioniert das dann? Nee, ich habe bis jetzt auch nur das. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt noch mehr bekomme. Also ich hätte ja am liebsten jetzt schon so eine Skin für unseren Call hier. Aber ist das so vorgesehen? Also am liebsten würde ich ja, denke schon, oder man kann es sich daraus bauen. Und ich bin da noch nicht zu tief drin. Ich habe jetzt erstmal gemintet. Also das war ganz einfach. Da habe ich mich auf die Webseite da begeben, mein Wallet hingesetzt und dann… Was heißt gemintet? Ja, dann ist das aus dem Reagenzglas geschlüpft. Das haben sie so schön animiert. Ja, verstehe. Und ja, und dann erscheint das auf OpenSea und dann gibt es noch so andere Seiten, die dann zeigen, okay, wie selten ist das. Also mir wurde jetzt gesagt, meiner ist einer der ersten Viertel, also wenn du so… Top-Quartal. Top-Quartal, also nicht ganz schlecht, aber auch nicht super. Und ja, also mal gucken, wo die Reise so weitergeht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, ja, dass jetzt irgendwie mit Nike zusammen da jetzt noch die ein oder andere Geschichte erzählt wird. Und du bist jetzt committed, das bleibt jetzt ein Leben lang dein Avatar oder wirst du nochmal einen anderen, wenn jetzt… Wer ist denn ein komischer Rapper? Hab schon vergessen. Wenn der sein NFT macht, obwohl das macht ja auch… Meinst du, den kriegen wir zu unserer Weihnachtsparty, hab ich mir überlegt. Aber der müsste ja einmal nur mal kurz vorbeigucken. Also wenn man jetzt auf Twitter was twittern würde und das würde unsere Community retweeten, das müsste der ja mitbekommen. Kann man den nicht auf Cameo oder so kaufen oder ist der noch erfolgreich? Nee, das geht nicht. Der ist noch zu erfolgreich, glaube ich. Aber das wäre auch eine mögliche. Aber das wäre ganz… Gibt es das Produkt schon? Cameo für Zoom-Calls? Für Weihnachtsfeiern müsste das super abgehen. Ja, das Termin ist bestimmt nicht so einfach. Aber klar gibt es das. Wir haben alle Management. Wen willst du denn bestellen für unsere Weihnachtsfeier? Boah, überlegen wir noch. Aber wir lassen auf jeden Fall nicht den Graf. Alex Traff wird uns Semmelrogge besorgen. Jan hat mich gefragt, ob ich den kennen würde. Ja, genau. Unser Producer Jan kannte Martin Semmelrogge nicht. Das war auch ganz lustig. Du kannst dir eigentlich jeden aussuchen, der schon im Dschungelcamp war. Sie sind alle auch auf Cameo, glaube ich. Oder auf dem deutschen Kameo. Wie heißt das? Wave? Keine Ahnung, wie es heißt. Wave me? We Wave. Aus Hamburg habe ich immer Impressum gesehen. Ich habe natürlich… Das Erste, was ich gedacht habe, ist, Alexander ist da bestimmt investiert. Das könnte auch sein. Das war mein allererster Gedanke. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, diese Zuschauerstellung und Ausnutzen von wirtschaftlicher, ja, oft Grenzunmündigkeit. Ich glaube, was cool ist, ist das so punktuell zu machen. Also beispielsweise für irgendwie den Release von einer Serie, von einem Album oder sowas. Also stell dir vor, ein Künstler bringt ein Album raus und so. Und an dem Tag ist er irgendwie für zwei Stunden da drauf. Und dann können irgendwie die Superfans oder kann man für da irgendwas holen. Also so punktuell finde ich das, glaube ich, könnte das auch marketingmäßig ganz gut sein, ohne dass man die Personal Brand damit so kaputt macht. Aber kaufst du jetzt weitere? Also die wichtige Frage ist, kaufst du jetzt weitere NFTs oder bleibt das, bist du hier 100% committed zu deinem? Das liegt alles daran, ob ich jetzt eher bei Cloudflare nachkaufen soll. Aber im Moment jetzt, ich finde, mein NFT-Experience ist jetzt für dieses Jahr erstmal vorbei. Läuft auf jeden Fall besser als die Tech-File, das stimmt. Was mich nächstes Jahr so, ja, was ich da so höre und was da so Interessantes gibt. Mal gucken. Und du könntest jetzt verkaufen und beim nächsten Drop zwei Stück kaufen. Ja, also es gibt viele, die halt, also dieses Minted, Flippeds ist halt schon irgendwie groß oder generell, dass da viel verkauft wird. Und es gab halt auch Leute, die dann sich irgendwie die zwei, drei hatten, die dann verkauft haben, um sich dann einzukaufen, den sie halt, indem sie sich selbst sehen oder den sie gerne haben würden. Aber wenn der Preis jetzt, der Durchschnittspreis bei 20.000 liegt, also US-Dollar, es gibt ja nur begrenzt viele Leute, die bereit sind, so, also es muss ja irgendwie Fuck-You-Money sein. Ich glaube halt, dass es so viel Fuck-You-Money in diesem Krypto-Ding gibt, dass da, ja, dass da viel passiert. Und es wird auch so, also es wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen geben, die das irgendwie dann in der Gruppe hochpushen oder so, ne? Also, wenn du einmal über so einen Quatsch twitters, siehst du ja, was dann passiert, dann hängen dir gleich diese ganzen Kryptotypen am Sack und posten die ganzen, apropos die ganzen Kryptotypen. Unser Person of the Year, Elon Musk, hat heute getwittert, dass Tesla eventuell Merch verkaufen wird und dafür Dogecoin akzeptiert und hat damit mal wieder den Dogecoin-Kurs um 24 Prozent hochgetrieben, zwischenzeitlich. Während alle anderen Kryptowährungen und Aktien eher Richtung Süden gehen. Einen Tag, nachdem er Time Magazine's Person of the Year wurde. Wie findest du das? War jetzt für mich nicht so der Wichtigste. Aber wer war der Wichtigste? Das ist eine gute Frage. Einen Impfstoff hat er nicht entwickelt. Du hättest den Biontech-Gründern Uhu Sahin und Aslem Tureci das Cover gegeben? Fände ich jetzt angebrachter. Glaubst du denn, also hat für dich, wie heißt der Ben, wie heißt der Salesforce-Gründer? Marc Benioff. Ja, hat der bei dir jetzt Vertrauen verloren? Ja. Ihm gehört ja die Times. Ich habe gesehen, du hast getwittert, dass er, also dass der Salesforce-Gründer und Geschäftsführer in StockX investiert ist. SpaceX. SpaceX. Und ihm gehört auch die Zeitung. Genau. Glaubst du, er hat da Mitspracherecht? Ich bin mir nicht sicher, ob der Elon Musk so cool findet, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn er ein halbwegs vernünftiger Mensch ist, der zu sein scheint, dann würde er keine nicht faire redaktionelle Kontrolle darauf ausüben, glaube ich. Ich glaube, dass er da nicht mit entschieden hat. Und ich meine, die Frage ist, also ich bin total bei dir, das Mainzer Wissenschaftler-Pärchen, die hätten das sicher zumindest auch verdient. Wenn du nach Schlagzeilen gehst, ist wahrscheinlich Elon Musk schon weit vor. Also ich finde es keinesfalls vorbildlich, oder im Großen und Ganzen zumindest nicht vorbildlich. Aber es sind ja auch nicht nur Vorbilder. Also Zuckerberg war auch schon Time Person of the Year. Hitler war 1938 auch Person. Ich glaube, Kim Jong-un oder Il auch, der die gleiche Frisur hat wie er, lustigerweise, war das mal. Stalin war es sogar zweimal, 1939, 1942, habe ich mich informiert. Also es ist nicht immer, ich glaube, Ayatollah Khomeini war es irgendwann mal. Von daher, es muss ja gar nicht negativ sein. Ich würde sagen, vom Einfluss her ist es vielleicht sogar die einflussreichste Person. Also wer kann Währung, Aktienkurse, Meinung, was weiß ich, bewegen. Könnte es jetzt auch Peak Elon und Tesla sein? Ja, das sagen viele, weil kurz bevor, vor dem Zusammenbruch 2000, war Jeff Bezos Time Person of the Year. Und danach kam der große Dotcom-Crash. Stark, dann können wir irgendwann Tesla-Aktien für 5 Euro kaufen. Ja, für 5 Euro würde ich die sofort kaufen. Ich würde die auch für 200 sofort kaufen, wahrscheinlich. Dann, das wäre ja sogar sinnvoll. Aber weißt du, wer 1988 Person of the Year, Cover of Time Magazine war? Nein. The Endangered Earth. Vor 34 Jahren war es dem Time Magazine klar, dass wir mehr über die Erde reden müssen. Zu vielen anderen auch. Aber es hat dann noch einige Zeit gedauert, bis das uns allen bewusst geworden ist. Und dann, achso, noch aus der Krypto-Szene. Das habe ich eben gerade kurz vor der Sendung gelesen. Also wir nehmen am Dienstagabend auf. Die Golden State Warriors, die teilweise von auch USVCs und Unternehmern besessen werden, haben ihre erste Krypto-Partnership mit einer sehr großen Krypto-Börse namens FTX angekündigt. Und natürlich geht es auch da um NFTs. Alle pushen. Glaubst du, dass jeder Klub hat bis Ende 2022 einen NFT-Partner? Ja. Das ist eigentlich geil für den Fußball, weil du hast eine zusätzliche Vermarktungsmöglichkeit. Also es ist ein Recht, das du bisher nicht weggeben konntest. Also es hat auch niemand anderes. Es sei denn, du hast jemandem irgendwie total generell die Rechte versprochen. Aber wahrscheinlich ist es ein Recht, was du neu schaffen kannst. Da du sagst, die Kategorie gab es vorher nicht, damit kann ich es neu vergeben. Und die bisherigen Sponsoren und Partner haben da kein Anrecht drauf. Und dann kann halt jeder Verein nochmal ein paar Millionen extra machen. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Vereine und Events oder Eventfirmen und so sich schon Gedanken machen sollten, ob sie da was machen können, wie sie das machen können. Und die großen Marken werden da auf jeden Fall, glaube ich, mit partizipieren. Und es wird die Ablösesummen nochmal treiben, weil du ja auch mit den Spielern das Recht erwirbst. Also wenn du ein Ronaldo kaufst, kriegst du, oder Messi, oder Lewandowski, was auch mal, kriegst du auch das Recht wahrscheinlich, oder lässt dir das Recht mitverkaufen, die NFTs zu minden. Und du hast immer einen bekloppten Russen oder Scheich, der bereit ist dafür, Millionen zu auszugeben wahrscheinlich. Genau, oder jetzt nochmal zurück zur Musik. Also ich würde jetzt von Cordell zum Beispiel, würde ich ein NFT kaufen, wenn der mir ermöglichen würde, auf jeden Fall ein Konzert zu besuchen in Hamburg, wenn ich die Musik irgendwie vorher bekomme oder bekomme oder so. Und also, wieso nenne ich, und einen Künstlersupporte, das irgendwie am Management oder am Streaming-Geld vorbeigeht, so, also sozusagen an denen, die von ihm noch mitverdienen, warum nicht? Und bei Vereinen, also alles, was du ja irgendwie, wo du eine Verbindung zu hast, es mag so ein Fußballverein sein oder zu einem Künstler oder was auch immer, warum nicht? Ist so ein bisschen auch die Frage, wie weit gehst du in Vorleistung oder so? Also, also, beispielsweise OMR, kaufst du irgendwie für den Preis von zwei OMR-Tickets ein OMR-NFT und kannst dafür fünf Jahre auf die OMR und, keine Ahnung, bist auf jeden Fall auf der Party dabei. Ah, das wäre voll geil gewesen, um so ein Krisenjahr, also so ein veranstaltungsloses Jahr zu überbrücken eigentlich. Verkaufst stattdessen ein NFT mit Pass für die nächsten fünf Jahre und kannst super Liquidität. Und am Ende ist es ja Packaging, so, oder Bundling, so, du musst halt eine Sache zusammengucken. Hier, Kevin Rose von Dignation, der hat jetzt ein NFT gestartet. Dignation schreibt sich DIGG, muss man dazu sagen, für die nicht so tech-affigen Leute. Ja, genau, also Gründer von DIG war mit der Erfinder von Web 2.0, könnte man sagen, hat wahrscheinlich sein meistes Geld mit Facebook und anderen Angel-Investments gemacht. Und auch mit einem der ersten Podcaster, Dignation war so zwei Typen trinken Bier und unterhalten sich über die Artikel, die auf DIGG.com, also D-I-G-G, getrendet sind. Und das wahrscheinlich so ein erster, noch ein bisschen kleinerer Punkt von Reddit jetzt war. So, eigentlich auch der Erfinder des, also es gab den DIG-Button und das war die Erfindung des Facebook-Like-Buttons, wenn man das so übertragen möchte. Auf jeden Fall, der hat auch ein NFT gestartet mit tausend Leuten und das ist so ein drei-Jahres-Membership und hat die zwischen fünf und einem Ether verkauft, der jetzt letzte Woche. Ich habe es verpasst, aber ich kenne eine Person, einen Hörer, der jetzt da für einen günstigen Ether sich dort eingekauft hat und berichten wird, wie das so ist die nächsten drei Jahre. Verstehe. Und wären das die Web 3 sozusagen, ich weiß noch nicht, ob dieser Term schon gecoint werden sollte, aber ist das eine neue Generation oder sind das die Web 2 Gründer, wie du gerade gesagt hast, und die VCs, die das verstehen und entdecken? Oder ist das eine komplett neue Generation von Kryptoleuten? Dein Gefühl, Bauchgefühl? Du kannst es natürlich nicht wissen. Nee, meins ist eher, also ich bin ja schon dabei, also das ist ja eher alte Leute. Du bist jetzt dabei? Du bist in der Posse? Du bist 100% assimiliert jetzt im... So würde ich es nicht sagen, aber es ist jetzt noch nicht so, dass du... Du hast doch dein echtes Gesicht als Twitter-Profil. Das finde ich ja sympathisch. Noch. Wer weiß. Wer weiß, wie es morgen aussieht. Oder heute, wenn du dieses Podcast hörst. Aber, also ich bin mir nicht sicher. Am Ende ist aktuell, also Sequoia macht einen Riesenwirbel, AZ macht einen Riesenwirbel, so. Also es sind ja die großen VCs, von denen jeder Unternehmer träumt, dass sie irgendwie auf dem Cap-Table sind, die aktuell da richtig das Geld reinpumpen. So, dann ist es für mich kein Bottom-up-Effekt. Und was ist deren Hypothese? Worauf wetten die? Das ist es, dass es genug Kryptomillionäre und Superreiche gibt, die nichts wissen, mit ihrem Geld anzufangen und das als Mischung aus Spekulation und Angeberei machen? Oder wetten die auf breite Adoption, dass sozusagen der dumme Durchschnittskonsument für was vollkommen virtuelles Geld weggibt und sozusagen damit die Umverteilung nach oben noch weiter fördert? Was ist die Werte dahinter? Die sehen hauptsächlich das Gold. Ja, aber wie wird der mal, also ich meine, wenn die so viel Geld reinstehen, obwohl die Summen sind ja noch relativ klein, aber alle sehen, dass alle wollen. Also LinkedIn und Twitter ist voll von VCs, die auf einmal alle versuchen, innerhalb von zwei Wochen NFT-Experten zu werden. Hier Felix Eiser von RegioHelden, der Gründer, hat geschrieben, eine Woche in Krypto-NFT fühlt sich an wie ein Jahr. Also so viel wie jetzt passiert ist in der letzten Woche, würde ich das auch unterschreiben. Ja, der hat mir auch geschrieben, dass die, die haben sogar, ja. Ist das so wie mit Tesla-Fahrern, dass man sich auf der Straße grüßt? Also man schreibt sich dann so auf LinkedIn, wenn man sieht so, der hat auch so ein Artefakt gekauft, dann schreibt man sich direkt an, weil man das eine Klick und so, so wie die Tesla-Fahrer, die sich auf der Autobahn grüßen. Bei 130 sieht man das ja auch, wenn man so langsam fährt. Alte Kontakte haben sich auf einmal wieder gemeldet. Weil du jetzt cool bist oder weil die auch brainwashed sind? Naja, brainwashed auf jeden Fall, jeder. Aber ich glaube, die VCs, die sind ja für alles, was neu ist, was disrupted ist. Also das wollte ich noch fragen, wie wird der TAM, also der Total Addressment Market, wenn die da jetzt, die werden ja jetzt Milliarden da reinstecken wahrscheinlich insgesamt alle zusammen. Und wo ist der 10-Milliarden-NFT-Markt? Ja, das ganze Banking. Obwohl, die haben jetzt 150 schon gemacht mit dem, ja gut, wahrscheinlich ist der Markt da. Der Markt ist da. Willst du noch eine kleine Krypto-Neuheit wissen oder sollen wir die für nächste Woche aufheben? Nee, hau raus, nächste Woche kann es schon wieder nicht mehr aktuell sein, so wie die sich die Dinge überschlagen. Das war, hier 1999 war das auch so. Also da haben die Page-Impressions, die in der Euro am Sonntag standen, waren am Mittwoch schon nicht mehr wahr, worauf die Firmen bewertet wurden. Sehr gut. Weil jetzt alles so schnell gewachsen ist. Nimm mal kurz dein Telefon in die Hand. Das kann ich machen, ja. Geh mal auf unsere Lieblings-App, auf der wir immer schreiben, Signal. Klick da mal oben links auf dein Gesicht. Was siehst du dort? Da steht Account. Payments-Beta. Triff da mal drauf. Habe ich gemacht, habe ich gemacht, sofort aus Neugier. Akzeptiere mal. Activate Payments, meinst du? Ja. Activate. Oh Gott. Mob. Was ist ein M-O-B? Ist das deren Werbung? Mobile Coin. About Mobile Coin. Mobile Coin ist New Privacy Focused Digital Currency. Aber ist das nicht das, was überall in Berlin-Mitte klebt? Was klebt da immer? Monero? Okay. Und wo kann ich den kaufen? Oh, ich sehe dich. Oh, du hast mir einen Mob geschenkt. Zehn Euro hast du mir geschickt? Einfach so? Du willst so ein Krypto-Ridge-Kid schon gewohnen. Sagst, schickst mir einfach mal zehn Euro, nur um zu beweisen, dass das Feature funktioniert. Hättet ihr auch weniger schicken können. Das kann mir jeder, jeder, der in der alten Signal-Gruppe von uns da drin ist, kann uns jetzt Geld schicken hier. Genau. Also ich meine, wer hätte es das Anfang des Jahres gegeben, hätten wir einfach die Clubhouse-Invites hier rüber verkauft. Nein, sowas machen wir nicht. Nein, niemals. Aber ja, du bist jetzt einer der ersten zehn wahrscheinlich in Deutschland, die Mob aktiviert haben. Wie hast du das so schnell rausgefunden wieder? In unserer Community wurde darüber schon öfters gesprochen. Also wer noch nicht in unserer Discord-Community ist, doppelgänger.io slash Discord. Im September hat uns schon jemand in Discord darauf angesprochen. Das ist seit April oder so zusammen. Also MobileCoin ist sehr eng mit Signal verbunden. Es gibt natürlich Krypto-Fans, die das wie jeden Coin nicht gut finden. Das ist halt nicht so sicher. Der Coin ist halt auf, also angeblich nicht so sicher wie Bitcoin. dafür verbraucht es nicht so viel Strom, ist für Mobile halt optimiert und wird jetzt halt ausgerollt. Also ich glaube, es ist jetzt ausgerollt in Europa. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon in Amerika ausgerollt ist. Wenn man den Coin haben will, ist es auch nicht so einfach, den zu bekommen. Den gibt es noch nicht über die großen Plattformen, sondern eher über eine oder zwei kleinere. Und ja, aber es funktioniert. Und man kann jetzt hier hin und her Coins verschicken. Und das ist halt sowas, also wenn man sich jetzt mit Krypto vor ein paar Jahren beschäftigt hat, da gab es überhaupt keinen Use Case. So, jetzt sieht man halt, okay, diese NFT-Welt, diese Metaverse-Welt irgendwie, Community, Event, Access, das Payment, könnte schon interessant werden in den nächsten. Aber sollte ich dann diesen Mobile-Coin nicht kaufen oder lieber noch nicht? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir erstmal den Disclaimer einspielen. Hallo und herzlich willkommen zum Doppelgänger Tech Talk. Mein Name ist Christian Wirröl, Investor, Dividendenkassierer und Co-Host von EchtgeldTV mit einem wichtigen Hinweis. Alles, was ihr hier hört, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Ihr bekommt hier Gedanken, Meinungen und Ideen präsentiert und was ihr daraus macht oder eben nicht, ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Die Haftung dafür könnt ihr niemandem in die Schuhe schieben, schon gar nicht den beiden Herren, die jetzt kommen. Philipp und Philipp, viel Spaß mit Folge 101. Also man kann den auf FTX, auf Bitfinex, bei Bitfinex habe ich einen Account, kann man den schon kaufen, aber es sind nicht viele Börsen tatsächlich. Die einzigen, die Hotbit kenne ich nicht, Big One kenne ich auch nicht. Okay, dann hat Signal jetzt nach, dann sind die früher live als, oder gleichzeitig live mit WhatsApp, mit Payment. Hast du das bei WhatsApp schon getestet? Nee, das geht ja nur in den USA, aber die Frage ist, warum will ich in Single Geld hin und her sehen? Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also warum machst du Paypal? Warum machst du alles? Und inwieweit? Warum muss ich ein Coin dazwischen haben? Kann ich das nicht in irgendeinem Stablecoin, der an US-Dollar gekoppelt ist, machen? Ja, ja, kennst du natürlich das und die Fragen. Wieso ist da nicht einfach irgendwie die Cash App integriert? Sollen wir jetzt freitags immer pokern um Kryptocoins? Auf jeden Fall, also ich würde sagen, du lädst das jetzt mal auf und für jedes zumindest schickst du mir einen Mopo rüber. Okay, habe ich schon eins gesagt? Ich habe noch nicht aufgepasst. Wie lade ich das auf mit Kreditkarte? Wahrscheinlich auf dem Exchange. Ja, aber irgendwie musst du es ja bekommen haben. Ja, oder du überweist mir 50 Euro. Die hat es auch noch einer geschickt bestimmt, um anzugeben. Du überweist mir 50 Euro und ich gehe vier. Krypto-reicher. Auf damit. Guck mal, ich versuche es jetzt mal aufzuladen. AdFunds. Okay, ich habe eine Wallet-Adress. Aha, ich kann es da hinschicken. Also ich muss es von Bitfinex da hinschicken, denn das ist ja noch überhaupt nicht niedrigschällig genug für den Durchschnittsmenschen. Ja, aber warten wir noch. Ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Erlebnis. Oh Gott, es wird alles unübersichtlich. Ich sehe jetzt schon nicht mehr durch. Also ich sehe jetzt schon nicht mehr durch, was für Coins ich habe. Ja, ich glaube, es ist besser, weniger Coins zu haben. Was denkst du, wie viele Avatare irgendwo verstauben auf irgendwelchen Festplatten irgendwann? Festplatte gelöscht, für immer weg. Ja, ja klar, viele, aber sie sind ja auf der Blockchain, du kriegst sie ja irgendwie wieder. Ja, wenn du das Passwort einmal vergessen hast. Sollte man nicht so einen Vault bauen, so einen Safe, also für immer, in der Cloud, aber trotzdem super sicher? Meinst du ein iPhone? So eine Galerie, wo ich aber auch mit einem Masterpasswort reinkasse, das sind wir jetzt so unsicher. Ich hätte sofort immer Angst, das zu verlieren dann, wenn ich so etwas Teures besitze. Ich meine, das Ding kostet mehr als eine Luxusuhr, jetzt dein Viech da. Ja, ja gut, aber es ist ja, ja. Hast du nicht Angst, dass du gehackt wirst jetzt? Okay, man ab. Also bei Glück liegen 20.000 Dollar auf der Festplatte jetzt quasi. Nicht auf der Festplatte. Wo liegt denn das? Also wo verfügst du denn? Über ein Wallet. Und wo ist das Wallet? Ja gut, das liegt auf meinem Telefon. Also wenn du mit meinem Telefon jetzt zockst, dann muss ich ein bisschen Umwege machen, um wieder dran zu bekommen. Du kannst es recovern? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe keine FOMO, aber Verlustangst habe ich, glaube ich. Ich hatte Angst, dass dann irgendwann... Ist dir egal. Ist dir egal. Kaufst du halt ein neues. Ist ja noch... Ja, aber ganz ehrlich, wenn mir jemand das Bild klaut, also wenn ich davon 100 hätte und ich wüsste nicht welche, dann wäre es in Ordnung. Aber das ist ja ungefähr so, als ob du den einzigen pinken Ferrari in Berlin hast und der wird dann geklaut. Ja, wie willst du nachweisen, dass du geklaut hast? In der Blockchain gehört es der Person ja dann. Es gibt ja kein Recht und Unrecht mehr. Entweder ist es auf der Blockchain oder nicht. Das ist doch legal spannend. Kannst du jemanden verklagen, der dir... Also wenn es die Transaktion in der Blockchain durch ist, kann die dann auch illegal sein? Also wie ist das geklaut? Also ist die Blockchain die Single Source of Truth oder gelten doch Gesetze? Auch da gab es was bei uns in der Discord-Community, dass jemand wohl was verschickt hat und dann keine Gegenleistung bekommen hat. Also nach dem Motto eBay-Produkt schon verschickt, aber dann doch nicht bezahlt. Wird wahrscheinlich schwierig, wenn man die Person nicht rausfinden kann. Aber ja, mal gucken. Zum Thema weitere Gefahren. Es hat außerdem jemand aus Versehen so ein Bored Ape, also Bored Ape Yacht Club oder Yacht Club ist auch so eine Kollektion letztlich. Also die most prestigious one, würde ich sagen, oder die wertvollste. Da gab es einen Affen, der 300.000 Dollar vermeintlich wert gewesen wäre, der dann aber für 3.000 verkauft wurde, weil jemand bei den Kommastellen verrutscht ist. Irgendwie dieser Kommapunktfehler, vielleicht Europa. Deswegen hat er oder sie das dann für 3.000 Dollar verkauft aus Versehen. Was, ich habe ja seit Tagen Diskussionen in der Community über Preisfindung im Kryptomarkt. Was in einem liquiden Markt, also wenn ich jetzt bei Cloudflare ein Limit bei 3 reinstelle und sage, ich würde es für 3 verkaufen, dann würde ich trotzdem immer noch 130 oder 150 Dollar dafür bekommen, weil der Markt so liquide ist, dass dieser Limit Order nicht ausgeführt worden ist. Das ist ja bei NFTs offenbar nicht so. Sondern irgendjemand kann das snappen und stellt eine Order für 3.000 rein und wenn ich das nicht checke oder mich vertippe, verkaufe ich es aus Versehen für den Preis. Ja, das ist ja wie im Online-Shop. Also es gab vor, es muss vor 10, 12 Jahren gewesen sein, dass Otto mal versehentlich einen falschen Preis bei einem MacBook gehabt hat, meine ich. Ah ja, ich ahne mich. Dann haben die den Preis nicht mehr aktualisiert. Das ist so 2.000. Genau, das hat so lange gedauert, um diesen Preis zu aktualisieren und dann waren die ganzen Dinger weggekauft. Die Story kennt nur noch Klaas Hinrichs und Sascha Pallenberg oder so, das ist so alt. Das muss 2007 oder so gewesen sein, glaube ich. Aber ich erinnere mich. Ja, 2010 war es wahrscheinlich. 2009, 2010. Und so ist es da halt auch. Die Marktplätze sind gebaut wie Shops. Ich habe auch eine lustige Story mit dem Otto-Store übrigens. Erzähl. Erzähl dich auf Weihnachtsfeier. Ach so, nochmal Weihnachtsfeier? Ich habe alle Windows 2000. Nee, nicht 2000. Windows, was kam nach 2000? Windows 10? Ich glaube, alle Windows 10 Kopien vom Otto-Shop mal ausverkauft über das Affiliate-Programm. Also nicht alle, aber sozusagen alle, die da waren. Irgendjemand wird davor schon auch noch welche gekauft haben. Ich wollte die eigentlich über Amazon verkaufen. Also da hat nur jeder Händler, jetzt ziehe ich die Story jetzt schon, na egal. Also jeder Händler in Deutschland hat nur ein Kontingent bekommen, als Windows 10 rauskam. Keine Ahnung, warum man das verknappt. Total bescheuert. Also warum du Software verknappst? Damals wurde es ja noch in Boxen verkauft. Und so hatte Amazon, glaube ich, nur 10.000 Teile. Der Microsoft Store Deutschland selber hatte nur irgendwie eine fünfstellige Anzahl. Und bei dem lang erwarteten Launch wollten natürlich alle für jetzt Geld damit verdienen. Und dann gab es Leute, die SEM geschaltet haben auf Windows-Vertipper oder so. Also Windows kann ja nicht jeder fehlerfrei eintippen. Und dann war aber ganz schnell der offizielle Microsoft Store und Amazon ausverkauft. Und dann habe ich dort Windows-Kopien gefunden, wo sie niemand erwartet hätte, nämlich tief im Otto-Store gab es mehrere, also irgendwie müssen die so drei, viertausend Kopien gewesen sein. Und dann habe ich die relativ schnell ausverkauft und dafür relativ viel Neukunden-Bonus bekommen, weil natürlich niemand, der die gekauft hatte, vorher auch schon Autokunde war und Umsatzprovisionen. Es war ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Ich glaube, da bin ich mittags nach Hause gegangen und weil es dann überall ausverkauft war, da konnte man nichts mehr machen, nämlich Schnitzel ausging. Das war so ein Side-Business von dir? Genau, genau, genau. Aber das war jetzt nicht SEO, sondern SEA? Das war SEA. Und die Landingpage hattest du sehen? Also die Landingpage, also es musste so schnell, also das war Arbitrage, die so ein schnelles Handeln erfordert. Und zwar die Landingpage waren es tatsächlich Screenshots von der Shop-Seite des Microsofts. Also ich habe auf der linken Seite ein Screenshot von der Amazon-Produktseite, auf der rechten Seite von der Microsoft-Produktseite, einfach nur ausgeschnitten mit einem Screenshot-Tool, das auf die Landingpage gepackt, darauf SEM-Traffic geschickt. Dann konntest du wählen, wo du lieber einkaufen willst. Wie gesagt, hat er erstaunlich gut funktioniert. Also es hat irgendwie hochfünfstellige Umsätze gemacht. Wie dreckig. Wie dreckig. Ja, leider, und warum das total demotivierend ist, das ist ja das hässliche Amel-Affiliate-Dasein, dass du das ja nicht wiederholen kannst. Also du kannst es wiederholen, aber du musst jeden Tag einen neuen Trick finden. Das ist halt ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Aber am nächsten Tag sitzt du dann wieder vor keinem Geschäft, theoretisch. Wenn du nichts baust, nichts von Wert oder von Dauer baust, was mehr als arbitragisch ist. Funktioniert dieser Muttertag-Blumenverkauf-Sache noch? Also gibt es da immer noch so zwei, drei Affiliate, die dort an dem Tag so viel Geld machen, und dass sie den Rest des Jahres im Metaverse nehmen? Ne, und war im Dienstag. Wahnsinn. Gibt es bestimmt zwei, drei Player, die sehr stark in der Nische sind, ja. Wahnsinn. Du, heute wird eine lange Folge. Wir haben schon eine Stunde verquatscht. Also ich wollte noch mal sagen, meine, also ich finde, Person of the Year wäre vielleicht übertrieben, aber wäre, glaube ich, zu Recht immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, ist Jane Manchun Wong. Das ist eine Hongkong-stämmige Entwicklerin, die dadurch Berühmtheit erlangt hat, oder sagen, milde Berühmtheit erlangt hat, dass sie immer wieder, also einerseits Bugs findet in Produkten und Sicherheitslücken und vor allen Dingen Features entdeckt im Quellcode. Zum Beispiel von Twitter und Facebook hat sie es regelmäßig gefunden. Sowas, wie du gerade gezeigt hast, dass in WhatsApp oder Signal eine Zahlungsfunktion vorbereitet wird. Findet sie im Quellcode typischerweise, ich weiß nicht, wie sie das so ziel sicher macht, ob sie viel Zeit investiert oder deutlich schlauer sucht als der Rest der Gemeinde. Oder gute Tipps bekommt. Das ist auch eine Option. Auf jeden Fall, genau, schafft sie es mit einer hohen Zuverlässigkeit, das regelmäßig zu breken, solche Storys. Und ist dafür in die Forbes 30 under 30 gekommen. Und die erste Amtshandlung war, dass sie bei der Beanspruchung dieses Titels auf der Forbes-Webseite herausgefunden hat, dass die kompromittiert werden kann und sie die persönlichen Daten aller irgendwie zigtausend Forbes 30 under 30 vor ihr dadurch rausfinden konnte, also deren Kontaktdaten unter anderem. Und hat quasi sofort gezeigt, worin ihr Wert besteht. Und außerdem ist sie auch in Tetler's Asia's Most Influential reingekommen dieses Jahr. Da sind die Daten sicherer. Ich finde 30 under 30 ja schon ein bisschen overhyped, das sage ich natürlich auch nur, weil ich ein, wie hieß das, Bitter Old Man? Bitter Old Man. The Crypto Rich Kid und The Bitter Old Man bin. Aber ich glaube immer, dass so eine Titel weniger wichtig sind, weil man die selber ins Profil schreiben muss. Also der coole Titel ist ja der, also wenn ich annehmen kann, dass jemand weiß, also sagen wir, du wärst jetzt, du würdest Deutschlands erfolgreichster Kryptoanleger werden, dann würdest du das ja nicht in dein Profil schreiben, weil es, also entweder weiß es jeder oder es macht auch keinen Sinn, also wenn du es jemandem erzählen musst, dann macht es ja auch keinen Sinn mehr. Und deswegen, solange Leute sich das Forbes 30 under 30 sozusagen immer als erst sofort zur neuen Profilunterschrift in LinkedIn machen, bin ich nicht so sicher, ob diese Liste schon die, die Prominenz haben, hat, die sie erfordert, um das, um wirklich cool zu sein. Aber trotzdem herzlichen Glückwünsche an, die sie erreicht haben. Es ist trotzdem natürlich eine große Ehre, da drin zu sein. Ja, ich habe gerade eine neue Anfrage auf LinkedIn bekommen, steht Co-Founder und dann Forbes 30 under 30, ich mache mal Accept. Gucken, vielleicht hört er das ja, dann kann er mir jetzt schreiben. Erhöht das die Wahrscheinlichkeit bei dir? Dass ich der Accept-Schrat drücke? Ne. Drücke eigentlich fast immer Accept. Also wer übrigens auch im, apropos, wer auch komplett im NFT-Universum abgetaucht ist, im Web3, ist Stephen Bartlett von der Social Chain. Der hat nicht nur seine Stock-Pump-Dump, sorry, Stock-Promotion-Agentur öffnet, sondern auch eine Web3-Agentur. Zusammen mit Gary Vayner, also investiert haben Gary Vaynerchuk und, vergessen wer der andere war, ach so, Mark, Mark Cuban, genau, von Das Mavericks. War das smart für ihn, zwei Firmen parallel zu gründen? Ja, das machen ja die besten Tech und so mit. Also wer ist denn ernst zu nehmen und hat nicht mindestens zwei Folgen? Jack, Elon Musk, Jeff Bezos? Jetzt kannst du nicht einfach nur eine Firma haben. Verstehe. So, bevor wir weitermachen, würde ich sagen, wir machen jetzt unsere eigene Vorops 30 Under 30, weil wir 30 nicht schaffen, dann wird es zu lang heute, machen wir das Doppelgänger Dirty Dozen. Du darfst die Hälfte, ich würde sagen, wir nominieren Twitter-Accounts, zwölf, das Dirty Dozen schaffen wir vielleicht, jeder macht sechs. Ich fange an tatsächlich mit der eben erwähnten Jane Manchin Wong. Der Twitter-Handle ist WongMJane, WongMJane.com ist auch das Blog. Wirklich spannend, um, ich glaube, generell Social Apps zu verstehen, aber auch Features und so Trends relativ früh zu erkennen. Und auch sonst, so was sie retweetet und so ist auch total wertvoll, finde ich, gehört auf jeden Fall rein. Ich fange mit meinem deutschen NFT-Trüffelschweinchen an, Jürgen Alker, der mir verraten hat, dass ich mir Clone X mal anschauen sollte und alles twittert, was ich hier über NFT so erzähle. Wie viele NFTs hat, also wie viel hat der, wie viele Clone X hat der gekauft? Ich weiß es nicht, ich glaube zwei oder drei. In unserer Community gibt es einen, der hat fünf oder sechs schon. Es gibt, du, ich glaube, wenn wir alle zusammenzählen würden, würden wir wahrscheinlich 50 zusammenkriegen. Und ich bin der Einzige, der keinen hat. Schenkst du mir einen zu Weihnachten vielleicht? Du, ich habe dir gerade hier einen Mobi geschenkt. 10,50 Alter. Na gut. So, ich rate, wer noch bei dir auf der Liste ist. Ja, eigentlich kriegst du es safe hin. Du würdest jetzt als Nächsten, würdest du jetzt wahrscheinlich Eric Seinfeld vorstellen. Nee, aber finde ich gut. Das wird mein Backup. Wolltest du den haben? das würde ich als Backup nehmen. Dann würde ich den nehmen. Gut, dann mach du. Was hättest du zu dem gesagt? Ist, glaube ich, einer der besten Account, um Mobile Development zu folgen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Also Mobile Marketing Experte, der auch immer, also vor allem sehr, sehr tief in dem gegen Apple Kosmos so drin ist. Wenn du es mal ein Jahr nicht auf dem Mobile Summit schaffst, dann kannst du ihm einfach folgen und kriegst trotzdem alles mit. Finde ich sehr gut. Ja. Bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe echt überlegt, aber bin nicht drauf gekommen. Ich war zu sehr auf der Aktien-Schiene wieder. Deswegen ist mein Nummer 2, oder wir zählen von unten hoch, 12, du hast ja schon zwei, jetzt sind wir durcheinander, wie auch immer. Ad, kein Spekulant, kein Spekulant blauer Haken, ich weiß nicht, ob es ihm genehm ist, wenn man den echten Namen nennt, ist ein sehr lustiger und dennoch fundierter Account über den Aktienmarkt und auch einer, der vielleicht so ein bisschen wirklich auch glashalb leer und jetzt keine große Freude daran findet, Aktien hoch zu jubeln, was nicht heißt, dass er nicht begeisterungsfähig ist, aber einen guten Blick auf die Höhepunkte und Tiefpunkte, des Aktienmarkts hat und dabei ist es so oder so immer lustig. Ad, kein Spekulant, finde ich, ist eine gute Mischung aus Input, Wissen und Unterhaltung. Wenn man den Humor mag, ist es ein bisschen speziell, muss man sagen. Dann, bei mir wäre noch Horace D.Diu, das ist ein Apple-Analyst, schon seit Jahrzehnten und in den letzten Jahren zum Mikro-Mobility-Experten geworden. Also, der twittert über alles, was Fahrräder und Apple bedeutet, so, und macht da echt einen guten Job, hat immer so die besten Insights, hat auch einen Podcast und alles. Handles Asymco, also A-S-Y-M-C-O, Asymmetric, Asymmetric Co., genau. Wer jetzt zu faul war, sich die zwölf Sachen da abzutippen, unsere Top zwölf Twitter-Profile gibt es bei uns in der Discord-Community, einfach zum draufklicken, also doppelgänger.io slash Discord und dann einfach in den Episoden-Feedback-Channel. Deine Nummer 3. Fahrradtipp, dem folge ich auch mal. Wahrscheinlich ein guter Tipp. Meine Nummer 3 ist natürlich, den hättest du wahrscheinlich erraten, Schuldensühner, also Holger Zscherpitz vom Medef9-Zscherpitz-Podcast für alle, die selber kein Bloomberg-Terminal haben und der günstigste Zugang zu und auch gut vorbereitete Daten zu Makrotrends, zu wichtigen Inflationen, Preisdaten, Währungen. Ich weiß übrigens, eine Folge, wo ich gesagt habe, es gibt ein FX-Trading, da haben wir über FX-Trading geredet und so Forex-Nerver, die so Spam machen, glaube ich. Und ich meinte, ich kann das nicht empfehlen, außer die einzige Wette, die ich mal gemacht habe, ist türkische Lira, US-Dollar. Die habe ich leider viel zu früh aufgegeben. Hätte ich die weitergehalten und Währungen, also nicht nachmachen auf keinen Fall, kann sich auch ganz schnell umdrehen, aber Währungen handelst ja mit einem extrem hohen Hebel. Also nicht nur 1 zu 5, sondern deutlich höher. Ich will nicht sagen, wie hoch, aber einigermaßen gefährlich. Das heißt, wenn eine Währung um 10, 20, 30, 40 Prozent fällt, kann das echt viel Geld werden. Wie kam ich jetzt drauf? Achso, Holger Chippitz. Genau. Kann man vom Informationswert des Twitter-Accounts bedingungslos empfehlen? Würde ich sagen. Das ist auch nicht zu viel. Sehr früh morgens so ein kleines Update immer, dann kommt der Rest des Tages wenig Sinnvolles. Nein, Spaß. Ich bräuchte so ein Holger Translated Twitter-Account, der mir das dann nochmal in einfacher erklärt. Das ist doch ein super Markt. Ich liebe den Folgenehm auch und so, aber für mich ist es immer eine Nummer zu hoch. Dann pass auf, dann machen wir einen Twitter-Account, der heißt Holgers Praktikant oder irgendwas noch lustiges. Schulden Südner, was kann man da noch machen? Schuldeneintreiber. Genau. Und der übersetzt Holger eigentlich mal von Englisch in Deutsch und von Deutsch in einfache Sprache. Genau. Der 18-Jährige muss das verstehen. Finde ich gut. Gut, dann wen nehme ich noch? Shan Puri, der ist einer der Podcast-Hosts von My First Million und unter anderem auch bekannt durch ein unglaubliches Twitter-Game. Der hat zum Beispiel diesen super Tweet geschrieben, warum Clubhouse nicht funktionieren wird. Und der ist halt also so vom Storytelling, also ist ja dieses so ein bisschen Entrepreneur, also eher so Hustle-Entrepreneur-mäßig, aber halt vom Storytelling unheimlich gut in der Sache und auch was die jetzt mit dem Podcast, die haben ja den Podcast an oder Hustle.co und den Podcast an HubSpot verkauft und investieren da richtig, machen den Video-Content, den wir auch machen müssten und überlegen sich halt ein richtiges Storytelling zu einem Tweet. Also der haut den Tweet nicht so raus wie wir zwischen irgendwie vom Kaffee zum Schreibtisch laufen, sondern überlegt sich dann halt eher schon genau, wie er da die Story draufsetzt und das ist eine, ein sehr amüsanter, guter Account, wie ich finde. Folge ich auch. Finde ich gut. Dann mein Nächster, für alle, die dem noch folgen können, Frank Thiel, nein Spaß, ich würde Sven Henrich vorschlagen. Der Twitter-Handle ist at NorthmanTrader, die Domain ist auch NorthmanTrader.com. Ebenfalls ein sehr guter Analyst dieses Marktes, der auch nicht mit Kritik spart, wenn es angebracht ist, manchmal auch ein bisschen drüber oder viel bestimmt, aber im Zweifel finde ich, sagen sollte es mehr ausgleichende oder mahnende Stimmen geben, von daher bin ich auch da ein Fan und der ist fest in meinem Twitter-Feed. At NorthmanTrader, Sven Henrich, finde ich einen guten Twitter-Account. Dann habe ich zurückgeüberlegt, ich habe da ganz nach unten gescrollt, wer die ersten Leute waren, denen ich auf Twitter gefolgt bin und einer der ersten deutschen Accounts war Jochen Krisch. Ah ja, sehr gut. Also Exciting Commerce, der E-Commerce, der E-Commerce-Alleswisser, der eigentlich über alles im E-Commerce weltweit oder viel Europa twittert, schreibt, podcastet, so, das ist für mich so meine E-Commerce-Lektüre auf Twitter. Ich finde es lustig, wie Jochen seine ganz eigene Text-Ausdrucksweise hat, also sich immer wieder traut, diese relativ kurzen Artikel zu machen, dann diese, wenn man es nicht gewöhnt ist, wirren Verdenkung, wo immer der Name des Originalartikels ausgeschrieben ist und sich auch überhaupt nicht beirren lässt, das irgendwann mal zu ändern, sondern es einfach weiter durchzieht und man es dann akzeptiert. Also du könntest dir mal einen Text zeigen und fragen, von welcher Seite ist das und du würdest vom Stil des Textes sofort wissen, das muss exciting kommen, also egal ob es ein Tweet oder ein Text ist, ich finde das ungewöhnlich, aber ich finde ehrlich gesagt total cool, das einfach so durchzuziehen und sich einen Scheiß darum zu kehren, ob irgendwie neue Nuster das verstehen würden, besonders gut. Genau, dann, also ich bin sehr so auf der Marktaktienseite. Ich würde als nächstes denjenigen, der gerade unseren Disclaimer eingesprochen hat, wenn ich mich nicht irre, und zwar Christian W. Röhl von EchtgeldTV, gute Perspektiven auf ein breites Universum von Aktien, also wir sind ja sehr, sehr Tech-lastig, Christian deckt da deutlich mehr ab, zum Beispiel auch Dividendentitel, Leute, ja Nebenwerte vielleicht nicht, aber wie gesagt, ein sehr viel größeres Universum und auf eine auch sehr schön unaufgeregte Art, ich glaube, ich war neulich, wo habe ich neulich gehört, war es alles auf Aktien? Weiß nicht. Aber eben auch nicht alles um jeden Preis hochjubeln, nichts Tenberger, nichts Verdopplung, realistische Perspektive auf Aktienmarkt investieren, jemand, der glaube ich wirklich zur Aktienbildung beiträgt und wahrscheinlich auch noch zwei Krisen überleben wird, so weiter, was vielleicht nicht auf alle Experten zutrifft. Dann bei mir, der letzte wäre Kevin Rose, hatten wir eben auch kurz angesprochen, der Gründer von DIG, auch schon Urgestein, seid immer auf Twitter, wahrscheinlich auch einer der ersten Investoren, jetzt auch voll abgeschlossen, wie oft ich schaffe, dass du DIG sagst. Jetzt auf jeden Fall, ja auch voll in der Kryptowelt und NFT-Welt verhaftet. Apropos Pimmelwitz, darf ich dich kurz unterbrechen, entschuldigen. Kurze Podcast-Empfehlung, der Holger, der Schuldensühner, Holger Chappels, hat einen sehr guten Podcast gemacht und zwar, wie heißt der, peinlich gibt's nicht oder so, erscheint beim Weltverlag auch und zwar hat er vertretungsweise einen Urologen interviewt und das sollte sich eigentlich jeder anhören, sagen, die erschreckendste Message ist, nur 10% oder 11% der Männer suchen im Laufe ihres Lebens einen Urologen auf, obwohl die natürlich auch Vorsorgeverpflichtungen gegenüber ihrer Familie und sich selber haben. Deswegen vielleicht kurz rein, ist sehr unterhaltsam, aber die Ernsthaftigkeit des Themas geht dabei nicht unter. Kurze Podcast-Empfehlung. Sollte man in meinem Alter da hingehen oder in deinem Alter? Ab wann fängt man an, sich zu kontrollieren? Man soll, sollte ich noch fünf Jahre älter werden, dann sollte ich da hingehen, aber es schadet, also es schadet auch nicht, da hinzugehen und sich so ein bisschen Wärme zuführen zu lassen. Gut, wer ist deine Nummer 6? Bitte? Wer ist deine Nummer 6? Sorry, ich hab dich unterbrochen, aber hast du Kevin Rose alles gesagt, was du sagen wolltest? Alles gesagt. Hat er sich schon irgendein Basketball-Team gekauft oder was macht der mit seinem ganzen Geld? Nö, der hängt glaube ich in Portland ab mit seiner Familie. Kann sich die Trailblazers kaufen. Ich glaube, dass der eher Bock hat irgendwie auf Ruhe und angeln und so. In Portland kann man angeln? Ja. Na gut. Meine Nummer 6 ist Händel Buschmann-Georg, im realen Leben natürlich Georg Buschmann von der Wirtschaftswoche, der neben den anderen Themen auch in Northern, der zum Beispiel sehr kritisch und detailliert betrachtet, finde ich auch folgendes. Die sind heute übrigens ordentlich runter, die sind heute gestartet, Sekunde, ist heute der 14. Ja, Sekunde, sind gestartet bei, ich glaube, 86 Euro und sind inzwischen auf 77 runter. Die waren dazwischen auf 110 hoch. Wie auch immer. Ich finde es gut, dass überhaupt jemand sich die Mühe macht, sowas sich anzuschauen. Deswegen Shoutout zu G. Buschmann, at Buschmann-Georg auf Twitter. Kann man nichts falsch machen, wenn man dem folgt. Sehr gut. Und vielleicht noch Kasper Schlenk, weil der heute oder gestern gescoopt hat, dass die Sparkasse jetzt in Krypto macht. Erst Glücklein in die Sparkasse, dass die natürliche Folge, also erst Lothar Matthäus, dann Glücklein. Nee, du warst vor Lothar Matthäus. Also erst Glücklein, dann Lothar Matthäus, dann die Sparkasse. Das ist die natürliche Folge. Wenn du jetzt noch Mobile-Coin kaufst, dann ist es echt vorbei. Ja, ich weiß noch nicht, dieses Mobile-Coin, mich überzeugt das noch nicht, so dieses per Messenger Geld rumschicken. Ich habe das halt noch nie gebraucht, dieses Geld rumschicken. Obwohl das vielleicht so ein deutsches, wir sind ja so die Rechnungssplitter und so. Ich finde ja eher so, ich lasse mich gerne einladen oder noch lieber lade ich auch ein, aber ich finde dieses Geld umherschicken eigentlich total doof. Ich glaube schon, dass das interessant sein könnte. Und wenn der Messenger auch, also, wieso sollst du Apple Pay machen? Ja, weißt du, dass du erst nutzt, wird das Berliner Drogentaxi. Also Telegram wird das nachbauen und dann kannst du direkt mit Krypto das Drogentaxi. Und dann kriegst du die Geschäfte schon überhaupt nicht mehr nachgewiesen. Du kannst in Telegram nicht rein. Du hast keinen Austausch von Ware und Geld mehr und es macht die Verfolgung nochmal schwerer. Weil irgendjemand hält vor deinem Haus und schmeißt irgendwie ein Paket auf den Balkon. Weil er das Geld ja schon per Telegram, keine Ahnung was, Coin, Putin, Putin-Coin bekommen hat. Hätten wir keine Pornoindustrie, hätten wir immer noch kein Payment im Internet. Hätten wahrscheinlich auch kein Internet. Was ist denn das jetzt für ein Vergleich? Warum macht denn die Pornos noch keine NFTs eigentlich? Moment, Moment, also Ich glaube, die nächsten 100 Folgen werden besser als die ersten. Aber es muss doch jetzt, also pornografische Kunst ist doch, das müsste doch, du weißt, also du weißt, was ich sagen. Ich verstehe, ich erkläre mir. Ich würde ja vermuten, dass wenn du da so exklusive Einblicke gewähren könntest, dass dass da es Zahlungsbereitschaft gäbe von irgendwelchen Hardcore-Fans oder im wahrsten Sinne des Wortes Hardcore-Fans. Warum ist es da noch nicht angekommen? Ich würde jetzt nachgucken, aber ich kenne keine Pornoseite. Weißt du, was eine Pornoseite ist? Dann kann ich gucken, ob es das schon gibt. Sag mir, es wäre jetzt auch ein guter Übergang zu Sex und die City. Ich google jetzt mal Pornoseite und du sagst, was das erste Ergebnis ist. Oh Gott, ist das nee, kann man nicht sagen. Ich finde, wir machen jetzt einen guten Übergang zu Sex in the City. Ich habe mir And Just Like That, so heißt das jetzt, angeschaut, tatsächlich, gestern extra ein Abo abgeschlossen, damit ich das legal gucken kann. Ja. Moment, du schlägt. Oh Gott, Glück. Rekapituliere. Ich erkläre auch warum, weil es gab schon, es gibt eine Verabredung. Du musst das nicht erklären. Es ist alles okay. Es gibt eine Verabredung, mit der man das gucken möchte, aber da bin ich nicht mit dabei und dann habe ich es mir alleine reingezogen, um nicht zu spoilern. Aber also, jeder, der sich noch vorhat, das jetzt zu gucken, einfach vorspulen, bis zur nächsten Bookmark. Jan wird auch diese Folge gut bookmarken. Das heißt, wenn man jetzt nicht wissen möchte, was in der ersten Folge von Sex and the City passiert, es ist das beste Promotion-Video, was man sich je vorstellen könnte für Paladin. Allerdings nur die ersten 30 Minuten. Also, man muss sich vorstellen, Sex and the City ist ja immer, es fängt ja immer irgendwie im Restaurant an und es werden teure Designer-Klamotten gezeigt. Und dann so ein bisschen herumgeredet und so. Und Geschichte, eine große Neuerung ist, wir sind voll hip, weil auch sie macht jetzt einen Podcast, also Carrie macht jetzt einen Podcast und ist nicht mehr Bloggerin. Und ja, Mr. Big, sie ist mit Mr. Big verheiratet und lebt halt das schöne Leben in New York und wie könnte es sein, in jeder Penthouse-Wohnung braucht man auch ein Paladin. und das ist dann die Zeit, die genutzt wird vom Ehemann, wenn die Frau irgendeine Veranstaltung besuchen muss, auf die der Mann keine Lust hat. Dann sagt er tatsächlich, ich habe ein Date mit meiner Paladin-Constructuring und dann gehe ich auf das Fahrrad. Vorher braucht er noch schön eine Zigarre, setze ich aufs Fahrrad, macht, gibt alles für seine Trainerin und ja, dann auf dem Weg zur Dusche wird es dann nicht mehr so schön und dann kommt sie nach Hause, er stirbt in ihren Armen und das war's. Ja, das war jetzt nicht so die beste Story für Paladin. An dem Tag ging es dann fünf Prozent nach unten. Aber ist das überhaupt noch spürbar bei Paladin? Oh Gott, war das am Freitag. Donnerstag, Freitag. Achso, genau. Es gab noch einen schlimmen Teil. Ja. Ich habe erst gedacht, das war abgemacht. abgemacht. Also so, dass bei Paladin eine Person seit Jahren daran gearbeitet hat, so eine Kooperation zu machen, irgendwie schon als Teenie, großes Sex-in-the-City-Fan. So, das ist mein Calling, da möchte ich unbedingt rein und so und alles und da für Jahre gearbeitet hat und dann wahrscheinlich hat Regie dann gesagt, so oder Director hier, wir haben irgendwie künstlerische Freiheit und hat das dann so gemacht. Es scheint wohl so, dass die überhaupt nicht miteinander gesprochen haben, dass Paladin jetzt auch am Überlegen ist, ob sie die verklagen und Paladin hat ja sofort dann am Wochenende noch ein Video nachgelegt, in dem der Schauspieler, der halt Mr. Big spielt, dann wieder am Leben ist und mit seiner Constructoring auf dem Sofa sitzt und sie sich unterhalten, ob sie jetzt noch mal fahren sollen. Das war die außergerichtliche Einigung wahrscheinlich, dass man die Schauspieler noch mal zur Verfügung gestellt bekommt. Und dann haben sie halt Ryan Reynolds noch mal einsprechen lassen, der dann gesagt hat, hier, dass das gut fürs Herz ist, wenn man Sport macht und so. Was auch wiederum witzig ist, weil der wiederum ja dieses Verarschungsvideo gemacht hat von letztem Jahr Paladin, als es diesen Skandal gab, um Ehemann schenkt, Ehefrau das Fahrrad, um fit zu werden. Dann hat er ja mit seinem Gin das Video gemacht mit Frau besäuft sich mit Gin, um über ihren schlimmen Ehemann zu reden. Also sie haben das noch mal zurückgeholt. Respekt, dass sie das so schnell gemacht haben. Also ich finde, so ein High-Quality-Video irgendwie in drei Tagen nach zu produzieren, ist schon krass. Die werden ja schon gewusst haben, wie der Film, also glaubst du, die haben bis zur Premiere nicht gewusst, wie der Film aussieht? Würde ich denken. Das wäre schon hart. Schätzt mal, wie viel Paladin vom Allzeithoch entfernt ist? Warte, halbiert? Geviert. Von 162 auf 40 ist geviert, ne? Ja. Ich glaube, das ist ... Apple kauft es trotzdem nicht. Ja, aber ich meine, günstig wäre es jetzt. Es ist nur noch dreimal Sales. Da würde ich sagen, also es macht 4 Milliarden Umsatz, 12,5 Milliarden Market Cap. Es wächst halt gerade nicht mehr. Ist aber ein Subscription-Business. Ich glaube, dreimal Umsatz finde ich jetzt fast ein bisschen günstig inzwischen. Dafür, dass da ein Subscription-Business dran ist mit einer relativ guten Shown. Die Frage ist, wo kann jetzt wirklich das Wachstum herkommen? Aber ... Und vielleicht schaffen sie es nochmal als Subscription-Paket teurer zu machen mit exklusiven Inhalten, dass du mit Mr. Big irgendwie ... Cycling, wie heißt das? Wer heißt denn, dieses komische Fahrradfahren? Fahrradfahren für alte Leute anbieten oder was? Ja, oder ... Keine Ahnung. Ich glaube, die werden sich nochmal halbieren. Ich glaube, die werden so ein hartes ... Nochmal halbieren? Das kannst du dann in der Silvester-Folge nochmal erzählen, dass Paladin auf 20 runtergeht binnen 2022. Ich finde es inzwischen ... Also, es drängt sich nicht auf, da einzusteigen, aber sie sind natürlich viel, viel realistischer bewertet als zuvor. So, schaffen wir noch ein paar Fragen heute? Ja, ich wollte gerade sagen, dass wir mal über C3 AI sprechen und gib mir mal einen kurzen Überblick über die Zahlen. Wir scheinen ja den Earnings-Call da verpasst zu haben, oder? Genau, das ist ja einer meiner Kandidaten, wo ich eher nicht so überzeugt bin. Trotzdem sind sie im Sheet, obwohl sie ja vielleicht nicht lange verbleiben werden. Was machen die nochmal? C3 AI macht AI-Anwendungen für alle möglichen Industrien, sagen sie, aber das kommt so ein bisschen aus der Energy-Ecke. ist die Firma von Tom Siebel, also dem Gründer von Siebel Systems, einem der ältesten CRM-Software-Systeme. Wir fanden schon immer eigentlich, dass die ein bisschen langsam wachsen, ein bisschen unklar ist, wo das überhaupt hinführen soll, verbrennen relativ viel Geld dafür, dass sie kaum wachsen und die Zahlen verbessern sich nicht, im Gegenteil. Also, zu finden unter doppelgängermitare.io slash Sheet, S-H-E-E-T in der dritten, im dritten, vierten Tab unter AI ist das Kürzel. Und also, die Kundenanzahl ist von 98 auf 104 Kunden gestiegen. Also, sehr wenige Kunden, die den Umsatz machen. Der Gesamtumsatz ist im Quartal rund 47 Millionen. Also, der durchschnittliche Kunde macht eine halbe Million im Quartal. Richtig, Sekunde, ja. Und der Umsatz, der Subscription-Umsatz wächst um 32 Prozent. Das ist nicht super schnell für Software. Der Gesamtumsatz, die haben noch so ein Service-Business, wächst immerhin um 41 Prozent, aber das wichtige Subscription-Business wächst eben um 32. Das Gute ist, die die Gross Margin ist bei Non-Gap bei um die 80 Prozent inklusive aller Aktienoptionen und Sondereffekte ist es bei um 73, aber wir können ruhig die 80 glauben. Das ist nicht das Problem, da müssen wir nicht diskutieren. Aber es wird dann halt so viel für Marketing, R&D und Gemeinkosten ausgegeben, dass die totalen Operating Expenses, die gesamten Operating Expenses mehr als das Doppelte des Subscription-Revenues sind und so ergibt sich dann ein operativer Verlust von rund 56 Millionen bei 47 Millionen Subscription-Revenue und inklusive des Service-Revenue dann trotzdem noch eine negative Operating-Margin von minus 96 Prozent. Also das heißt rund für jeden Dollar Umsatz macht man einen Dollar Verlust. Nicht geil, wenn man auf die Gap-Zahlen oder den Operating Cashflow abzielt oder abstellt, dann wird es nochmal ein bisschen besser, dann ist es nur noch minus 38 Prozent. So oder so ist es aber weit entfernt von der Rule of 40. Also nur 32 Prozent wächst beim Subscription-Revenue und es ist fair, hier nur das Subscription-Revenue zu betrachten, würde ich sagen. Und dann sozusagen der beste Wert, den wir nehmen können, ist eben die Operating Cashflow-Marge vielleicht, die liegt bei minus 38 Prozent. Das führt auf keinen grünen Pfad mehr. Also du kannst mit so wenig Wachstum, würde es viel zu lange dauern. Du würdest noch so viel Kapital verbrauchen, also versenken 18 Millionen Dollar an negativen Cashflow dieses Quartal wieder. Im Q1, also nicht Q1, sondern wir sind jetzt im Q2, das heißt vor zwei Quartalen war es das Q4, haben sie sogar 38 Millionen negativen Cashflow gehabt. Das führt alles irgendwie zu nichts. Die Magic Number ist Punkt 14, 0,14. Das ist außerhalb von Product Market Fit, das heißt eigentlich das Produkt verkauft sich nicht. Sie haben 46 Millionen in, das muss ich nicht mehr vorstellen, sie haben 46 Millionen in Sales und Marketing gestellt und haben damit genau eine Million ERA von Quartal zu Quartal geschaffen, beziehungsweise vier Millionen sind es genau zu sein. Man muss es ja annualisieren, aber so kommt man auf diesen Wert von 0,14. Das ist wirklich barbarisch schlecht. Es gibt nicht eine Metrik, die vernünftig aussieht. Es gibt einen Ausreißer, der sich nicht so leicht erklären lässt, die RPO, das sind die Remaining Performance Obligations oder man spricht auch von Deferred Revenue. Das ist gekaufte Kredite, also nicht Kredite, Credits im Sinne von Guthaben, die Kunden haben. Das heißt, sie sagen, sie wissen schon, dass nach 560 Millionen an Umsatz von zukünftigen Umsatz gebucht ist, den dürfen sie aber noch nicht realisieren, weil er noch nicht abgeleistet wurde von ihnen. Er wurde weder bezahlt, weil er bezahlt geworden sein. Oft ist es so, dass man es am Cashflow sieht, dass es schon bezahlt ist, aber die Leistung wird erst erbracht. Aber da hier der Cashflow stark negativ ist und die Operating Margen, müssen die RPOs, diese Remaining Performance Obligations, also Verpflichtungen, zukünftige Leistung zu erbringen, noch weit in der Zukunft liegen und auch noch nicht zahlungswirksam sein. Das heißt, es kann eigentlich nur sein, dass irgendein Kunde oder ein paar Kunden so einen Vertrag unterschrieben haben, wir geben über die nächsten fünf Jahre so und so viel Geld mit euch aus, dann dürfte man das theoretisch als RPOs verbuchen, man kann es aber weder als Umsatz, also weder als Einzahlung und damit Cashflow wirksam, noch als Umsatz, also Revenue wirksam, Profit ist ja je unter Fernalifen verbuchen, das heißt, es sind letztlich Zahlungsversprechen, die irgendwann mal eintreten werden in der Zukunft, aber jetzt in diesem Jahr nicht mehr helfen werden, wahrscheinlich, von daher wird, jetzt gucken wir mal, was die kostet, also ich finde das einigermaßen desaströs weiterhin, aber das haben wir vor einem Jahr auch schon gesagt, du kannst mal gucken, wie die gelaufen ist, parallel, was wollte ich gucken, achso, ich wollte auch gucken, wie viel noch die Bewertung ist, Kürzel ist AI, die sind noch 3,3 Milliarden wert, das wiederum entspricht nur noch 16 mal des Umsatzes, ich halte es trotzdem noch für zu teuer, weil es einfach nach meiner Erfahrung das nicht funktionieren kann, von diesen Zahlen wieder auf einen gesunden Pfad zu kommen, beziehungsweise wird es sehr lange dauern und viel Geld brauchen noch bis dahin, das heißt, dann würde man verwässert werden weiter als Investor, gucken wir, wie viel sie schon verloren haben, aber das wird nichts mehr, haben wir relativ früh gesagt, seit IPO minus 66%, ja, Höhepunkt war mal 100, also wer hat das jemals gekauft, trage ich mich, Höhepunkt war mal, also Entschuldigung, falls es ein Hörer oder Hörerin ist, aber 160 Dollar war der Höhepunkt, jetzt sind wir bei 31, das müsste 80% unter All-Time-High sein, aber zum IPO-Kurs hast du recht, schade, schade, dass ich auch das nicht lang genug durchgezogen habe als Hedge, das wäre ganz gut geworden. Na gut, ich glaube, irgendjemand hat sich das Update gewünscht, unsere Meinung hat sich nicht geändert, sondern eher nochmal manifestiert, aber man muss auch sagen, die Verluste werden weiter ausgebaut, also sieht man sehr gut im Cheat, da muss man kein Finanzmathematiker sein, um das Problem zu erkennen, einfach ins Cheat schauen, dann sieht man eigentlich, dass oben Topline, das Wachstum nicht groß genug ist, bleibt die Verluste immer größer werden und keinerlei Operational Leverage sichtbar wird, sondern im Gegenteil, prozentual nimmt Marketing immer mehr ein und wir müssen schon unheimlich viel Geld rausblasen, um überhaupt diese 32% Wachstum zu schaffen. Ich glaube, dass bei den Kundenprofilen die Verträge sehr langfristig sein werden, also die Customer Lifetime ist wahrscheinlich sehr hoch, wenn man das einmal implementiert hat, aber so ein bisschen Richtung Palantir, wobei hiergegen sieht selbst Palantir noch nach Substanz aus. Micha hat uns gefragt, warum es kein richtiges Angebot gibt für Zeitungsartikel, die einzeln zu kaufen oder in einem zeitungsübergreifenden Abo, also er hätte irgendwie Blendl oder so benutzt, auch Readly, aber war nie so wirklich überzeugt und hat dann einen ganz guten Punkt gebracht, in dem er meinte, ob es jetzt erst so ein Kino X oder so für Zeitungsartikel bräuchte, bis sich da was bewegt, also erstmal was verbotenes, ich stelle mir da zum Beispiel irgendwie, ja, vielleicht eine WhatsApp-Gruppe vor, in dem dann irgendwie so verschiedene Artikel geteilt werden, wie siehst du das, also es gibt ja auf jeden Fall einen Grund, warum Verlage nicht möchten, dass man sich da zusammentut. Apple versucht ja auch so ein bisschen was, glaube ich, mit dem Newsstand. Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Probleme, also ich glaube, das Einzelartikel kaufen, also bei irgendwas, was man zu bezahlen bereit wäre, also sagen wir 10 bis 50 Cent, würde es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil man dann eben tatsächlich nur ein, zwei Artikel im Monat liest, das trägt sich nicht, würde ich annehmen und die Friktion ist zu hoch, also einen Zahlungsvorgang starten für diese paar Cent, also die Kreditkartengebühren wären eventuell zu hoch, es wäre vielleicht tatsächlich ein Anwendungsfall für Blockchain, das Payment schneller zu machen oder reibungsfreier zu machen, aber es gibt schon ein technisches Problem und du müsstest wahrscheinlich mehr als einen Euro pro Artikel nehmen, damit es funktioniert. Das andere ist, glaube ich, dass die Zusammenarbeit zwischen den Verlagen einfach unheimlich schwer ist, also dass die alle mal einer Meinung sind, scheint relativ selten zu sein, also selbst im Kampf gegen Google, wo man eigentlich einen relativ klaren gemeinsamen Feind hatte, gab es immer wieder so Streiko-Blockadebrecher nach meinem Eindruck, weil, du hättest ja zum Beispiel sagen können, wir blockieren mal alle Google News oder wir boykottieren Google News, aber dann gab es anscheinend immer Verlage, die gesagt haben, dann nehmen wir halt den ganzen Traffic an und so ist das irgendwie nie wirklich vorangegangen, das heißt, es mangelt so ein bisschen an Koordination, obwohl es ja Verbände gibt, die das eigentlich die Branche so ein bisschen zusammenführen oder repräsentieren. Was ich wirklich spannend finde an der Frage ist die Idee, warum gibt es kein Kinox.to und ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht der Treiber sein könnte sozusagen. Und ich will ja überhaupt nicht befördern, also ich finde schon, man sollte Copyrights oder Urheberrechte achten und ich habe auch bestimmt seit 20, 30, mindestens seit 20 Jahren noch keinen Film oder sowas runtergeladen und auch davon kaum. Aber ich könnte mir, also das brauchte ja Napster, damit ein Spotify entstanden ist, würde ich schon sagen, um das so ein bisschen zu erlernen wahrscheinlich und um auch die Musikindustrie dafür zu öffnen und die Bereitschaft und von daher könnte ich mir fast vorstellen, dass das zumindestens den Innovationsdruck erhöhen würde, aber weiß nicht, hast du noch eine Idee? Was würdest du zahlen im Monat, um alles lesen zu können? Alles? Also auf jeden Fall 99 Euro wahrscheinlich, also drei Euro am Tag, obwohl drei Euro am Tag ist schon viel, aber ja, drei Euro am Tag fände ich fair. Tausend im Jahr. Aber ich zahle zum Beispiel die Information ist allein 400 Dollar, glaube ich, ein paar andere Sachen. Wie, wo zahle ich? Ich glaube, dass es in den kommenden Jahren schwieriger, also das ist irgendwann mal noch für ein paar Firmen, die sich so hypen als Subscription, schwierig wird. weil die Konsumenten mehr und mehr kündigen. Also jetzt zum Beispiel nimmt man Streaming, bei Streaming hast du jetzt so Netflix, Amazon, Sky Plus, Disney und als es nur einen gab, dann war es irgendwie so ein No-Go oder so ein, also keine Frage, man hat Netflix und lässt das einfach durchlaufen und zahlt da seine 10 Dollar oder was auch immer im Monat und jetzt bei 4 glaube ich, dass viele Kunden einfach regelmäßig wechseln. Dann ist mal, also dann ist Sex in the City bei Sky, dann ist man mal einen Monat bei Sky und guckt man da irgendwie das Inventar durch und dann geht man nächsten Monat, bringt Netflix was Neues, dann ist man da mal einen Monat, dann ist Apple Plus irgendwie mit einer neuen Serie, dann ist man da mal einen Monat, also man konsumiert so aus. bei Artikeln, also ich glaube bei Videos funktioniert das wahrscheinlich besser als bei Nachrichten oder Artikeln, aber ich glaube, dass da, dass einfach die Konsumenten irgendwie mehr und mehr gewöhnt sind, dann auch schnell zu kündigen und woanders hinzugehen. Und bei Artikeln, ja ich bin auch, ich habe halt meine paar Abos so, ab und zu kündige ich mal wieder was, bis ich mal wieder was Interessantes lese und ich finde, ja manchmal finde ich es auch ganz gut, dass ich, dass die Paywall da ist, dann falle ich nicht auf die Clickbait hier nach, äh, Headline ein, rein. Ja. Es wäre ganz cool, wenn es ein Browser-Plugin gäbe, so wie, äh, sagen wir das größte Adblock-Plugin, wo du den Gegenwert der Anzeigen siehst, die dir gerade gezeigt werden, also dann, du sagst, diese Page-Impression kostet gerade 5 Cent und dann sagst du, okay, das, ich schalte das jetzt aus, indem ich 5 Cent zahle, aber, das löst das Problem mit Paywalls ja immer noch nicht, nicht wirklich, ähm, ich glaube, aber ich glaube schon, das Traurige ist ja, du kriegst ja tatsächlich wirklich sau wenig Geld dafür, ähm, 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 aber gibt's so, Pay, also gibt's so ein Abo, dass du einfach sagst, äh, was ist, wie eine Payback-Karte, du lädst da irgendwie 10 Euro drauf und kannst dann 10 Artikel lesen? Es gab's glaube ich mal, aber es hat noch nicht, äh, ich glaube, es gab's mal, ähm, aber ich meine, das wäre das sinnvollste System, was du sagst, jede Page-Impression kostet 10 Cent oder so, ähm, und du lädst halt, ähm, 10 Euro auf und kannst dann 100 Artikel lesen im Monat. Das wäre schon das sozusagen, was der Nutzer wahrscheinlich oder die Nutzerin am liebsten hätte, aber es scheint nicht, äh, konsensfähig zu sein. Technisch ist es ja relativ einfach möglich. Du könntest, äh, Fintech-Apps machen, die dir das Abo mehr oder weniger schenken. Äh, oder kennst du, ähm, Krypto.com macht das zum Beispiel, da kriegst du das Netflix-Abo, wenn du es mit der Krypto.com-Kreditkarte zahlst, kriegst du das Netflix-Abo, geschenkt, oder Spotify, glaube ich, wenn ich mich nicht höre. Ähm, und das könntest du natürlich auch mit Paid-Subscriptions machen, sodass, um hohe NPS- und Kundenbindung zu machen, kannst du in der Fintech-App die Wirtschaftszeitung mitlesen. Das wird passieren, das ist eine gute Prediction. Ähm, das machen wir so besser mal. Ich glaube, ich glaube ja eh, dass Medien sozusagen entweder an E-Commerce oder eben an Fintech ranwachsen. Ähm, und das könnte ich mir vorstellen, dass die App, die dir woanders Geld abnimmt, wo du es weniger merkst, zum Beispiel beim Krypto kaufen, dir dafür das Handelsblatt-Abo schenkt. Das war gerade mein Punkt. Also eigentlich müsste doch jetzt Trade Republic announcen, dass sie mit dem Handelsblatt ein Abo machen und dass du in der Trade Republic-App den Kontext von Handelstatt. Ja, also, okay. Auf jeden Fall, dass du am besten noch in der Trading-App die Nachrichten dort drin hast. Das wäre ja das Einfachste. Genau, genau. Also aggregiert hast du ja ein paar Sachen noch, ein paar News drin, aber genau, let's see. Aber die Frage ist wirklich, warum hat noch niemand einfach, also es soll kein Aufruf dazu sein, das zu tun, aber mich wundert es fast, dass niemand einfach sagt, dass ich kriege, aber mit dem DMCA, dem Digital Millennium Copyright Act, kriegst du das relativ schnell aus dem Netz raus. Also es ist sehr schwer, das zu hosten, glaube ich. obwohl bei Filmen wäre es ja auch schwer gewesen. Wobei da gab es diese Lücke mit den Links, obwohl das kannst du bei Zeitschriften auch machen. Schwer. Ist ein bisschen komisch, warum es nicht so ein Format gibt, wo du einfach auf PDFs klicken, also siehst alle, durchsuchbar alle Artikel aus einer Zeitschrift und kannst ein PDF aufrufen, das müsste ja genauso funktionieren eigentlich. Naja, wir hoffen, dass man es anders gelöst bekommt, auf jeden Fall. Und eine Frage, die letzten Tage sind ja wieder sehr rot, ich habe irgendwie dir eben geschickt, hier Cloudflare minus 10% heute. Es hat jemand gefragt, ob es jetzt sinnvoll ist, also mal angenommen, jemand hat gestern Cloudflare gekauft, ist heute minus 10% drin, glaubt aber an die Firma, möchte aber, also hat vielleicht noch eine andere Aktie, die gut gelaufen ist, die er verkauft hat und möchte deswegen Steuern sparen, verkauft sie zu einem Verlust und kauft dann wieder. Ist das eine Taktik, über die du schon mal nachgedacht hast, die du empfehlen würdest? Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde, aber es rechnerisch funktioniert das und ich habe es tatsächlich selber mit Alibaba gemacht. Alibaba war die einzige Aktie, die jetzt, also natürlich alles bei mir hat sehr stark runtergegangen, aber die einzige, die sozusagen seit Kauf rot war, die ich noch hatte zumindest, war Alibaba und die habe ich tatsächlich gekauft und bekomme dann sofort die Steuer zurück, die ich vorher auf eventuell positive Verkäufe, wo ich Gewinne realisiert habe, zurück. Und das heißt, theoretisch könnte ich jetzt die gleiche Anzahl Alibaba-Aktien wieder kaufen und es wäre immer noch Geld auf dem Konto, nämlich 25 Prozent des Verlustes, den ich eben, der dann gegen recht, sofern man vorher, also du kriegst das nur, wenn du vorher was mit Gewinn, mit höherem Gewinn verkauft hast, dann funktioniert das, dann wäre es auch fast irrationell, das nicht zu tun. Natürlich spielen Gebühren beim Kaufen und Verkaufen noch eine Rolle. Wenn es jetzt eine Trading-App ist, wo es nur einen Euro kostet, da ist es relativ egal wahrscheinlich, aber man hat 100.000 Gewinn gemacht mit einer Aktie, ach so, 1.000 Euro Gewinn gemacht mit einer Aktie und jetzt hat man eine, die 500 in roten Zahlen steckt, die einfach schnell verkaufen, wieder kaufen, würde wahrscheinlich Sinn machen. Aber vorher nochmal schauen, ob man wirklich schon Gewinne angehäuft hat und schon Abgeltungssteuer erhoben worden. Das zieht die Bank normalerweise, also wenn man das Verkaufsstatement der Bank anschaut, da steht das in der Regel, also die Bank erhebt das automatisch, aber man muss die nicht abführen, sondern die Bank erhebt die selber und führt die ab an den Staat und genauso führt sie sich auch selber wieder zu. Das ist, ich wüsste ehrlich gesagt nichts, was dagegen spricht. Also es ist tatsächlich dumm, das nicht zu tun, es sei denn, man möchte sozusagen den Staat mit noch mehr Geld unterstützen, was ein heeres Motiv ist. Aber ich habe es tatsächlich bei Alibaba so gemacht, weil die 30, 35 Prozent im Minus waren und das war ein Kleinwagen, den man sich da zurückholen konnte. Und du hast dann einfach eine Stunde später wieder gekauft? Ich habe die noch nicht, ich brauche da außerdem Liquidität, deswegen habe ich sie nicht sofort wieder zurückkauft. Ich hätte sie sonst aber auch wieder, obwohl Alibaba, ich würde die immer noch auf Overweight stellen, aber nicht auf ganz hartes Bei, weil deren Margen jetzt schon durch die Deregulierung ein bisschen schmelzen. Aber ich werde, wenn es geht, immer ein China-Körbchen halten und Alibaba wäre vielleicht nicht mehr in den Top 2, aber in den Top 5 weiterhin dabei. Verkauft habe ich sie aber tatsächlich, um die Steuern, den Steuervorteil zu realisieren und Liquidität zu schaffen, die ich woanders brauchte. Vielleicht steige ich ja heimlich in den Kryptomarkt schon ein mit dem Geld. Du, aktuell jetzt, ich gucke gerade, es geht wieder langsam grün. Langsam ist es wieder ein bisschen grün. Heute wäre übrigens der Teil, also hätte ich Überschuss Liquidität, ich glaube heute ist jetzt, schlussendlich sind fast alle Tech-Werte, ich habe so 30% im Minus inzwischen vom Höchstkurs und also ein Cloudflare ist immer noch teuer, muss man dazu sagen, aber die haben es jetzt alle so verbilligt, dass eine weitere Halbierung zumindest unwahrscheinlicher geworden ist, nicht unmöglich, aber unwahrscheinlicher. Von daher, wie nur das alles zu teuer war, der oder die könnte auch überlegen, ob das jetzt schon, das kann durchaus weiter runtergehen auch, aber das Rückschlagpotenzial, das kann man mit Sicherheit sagen, das Rückschlagpotenzial hat sich reduziert, es kann trotzdem weiter runtergehen, aber wenn 30% weg sind, dann kann es schon mal nicht mehr ganz so weit runtergehen erst mal. Das ist eine richtige Aussage, egal in welchem Szenario. Und es sind die gleichen Unternehmen, die wir gesehen haben vor sechs Wochen, aber sind alle ein Drittel günstiger. Aber da, man muss sagen, vor sechs Wochen war sowas wie Crowdstrike oder Cloudflare auch einfach oder auch SEA Limited, Square, war alles sehr, sehr rich bewertet oder eigentlich ganz klar überbewertet. Aber ich habe es jetzt ansonsten, außer diesen einen Trade, sich die Steuern jetzt vom Jahresende zurückzuholen, habe ich jetzt nicht viel reagiert, sondern ertrag die Situation mit Fassung und hätte ich Geld, würde ich vorsichtig so ein bisschen wieder langsam einsteigen. Japp hat uns gefragt, wie wir auf Ideen kommen würden, also was unserer Meinung nach die besten Methoden sind, um eine passende Geschäftsidee zu finden. Ob wir da strukturiert rangehen, uns Märkte anschauen oder ob uns die Ideen nebenbei im Alltag kommen. Es gibt tatsächlich Leute, die unheimlich strukturiert sich Märkte, also sagen, wo gibt es noch kein, in welcher Industrie gibt es noch kein SaaS-Modell oder in welcher Nische gibt es noch kein Payment-Modell oder so. Es gibt schon Leute, die sich das sehr systematisch anschauen. Ist das nicht die große Schule von Rocket, da irgendwie Bistaff-Leute sich auf alle Märkte, auf alle Ideen irgendwie anzuschauen? Bei Rocket hat man TechCrunch gelesen und alles, was für eine Geschichte fandet ist, nachgemacht. Oder beides. Man kann es schon machen, ich finde es einigermaßen langweilig und uninspiriert. Und ich habe selber nicht viel selber gegründet, aber die Ideen, die ich mal hatte, wo ich zumindest überlegt habe, ob es sich lohnt, die nachzuverfolgen, den nachzugehen, waren, ich habe das böse Wort gehabt, ihr gesagt, das waren tatsächlich Probleme, über die ich selber gestaubelt bin. Ich glaube, man braucht so ein gewisses Problembewusstsein, dass man Dinge, die nicht optimal funktionieren, erkennt und als nervig empfindet und vielleicht auch schon relativ schnell eine Lösung dafür parat hat. Und ich finde so dieses durch die Welt wandeln und in Problemen Lösungen sehen, finde ich eigentlich den besten Weg. Und das stellt auch sicher, dass es in der Regel was ist, womit man einigermaßen, also wo man eine gewisse Kompetenz hat oder so, oder das einen zumindest selber tangiert im weitesten Sinne. Ich glaube, es ist schwer, wenn du jetzt, du bist irgendwie Diplom-Biologe und sagst jetzt, ich will aber unbedingt gründen, jetzt gucke ich mir systematisch mal den Markt an und merke, dass es für Minenarbeiter in Uruguay noch keine gute Payroll-Solution gibt oder so. Ich glaube, das bringt ja nicht weiter. Dann lieber irgendwas, was näher dran ist am eigenen Leben. Aber das, da muss man natürlich schauen, ist jemand schon auf die Idee gekommen? Sind ähnliche Modelle überwiegend gescheitert oder funktionieren die in anderen Märkten schon? Dann muss man so ein bisschen Reality-Check hinterher machen und Research. Da sollte man dann wiederum relativ strukturiert vorgehen und nach Competitors suchen, nach ähnlichen Modellen in anderen Ländern, in anderen Märkten. Was wurde gefundet, von wem und so weiter. Wie siehst du es? Ja, ich glaube, eine richtig gute Idee findet man nicht, wenn man sie unbedingt finden möchte. Das nimmt einfach Zeit für mich, also bei mir auf jeden Fall. Ich bin auch, ich versuche ein Problem, also ich sehe, irgendein Problem und überlege mir, ob ich das selbst lösen möchte oder suche danach, ob es jemand gelöst hat, so wie ich es gerne hätte. Dann schaue ich mir an, ob ich das vielleicht besser lösen könnte, ob ich vielleicht Leute kenne, die das mit mir besser lösen könnten. und ich habe fast zehn Jahre nach einer Idee gesucht, bis ich mir die YoCast-Idee zu meiner gemacht habe, weil ich da einfach vorher Ideen hatte, die entweder nicht auf mich gepasst haben oder ich mir nicht vorstellen könnte, das irgendwie sehr, sehr lange zu machen und ich würde da einfach Zeit lassen. Also es ist ja schon so, dass du irgendwas finden musst, in dem du dich halt locker zehn Jahre mit committen möchtest, würde ich jetzt einfach so sehen und so sagen und da einfach Zeit lassen. Und dann kannst du, also man könnte auch einfach hingehen und einfach mal so seine, seinen Tag ein bisschen dokumentieren, was man so macht, was man so für Sachen sieht und daran arbeiten. Du kannst natürlich sagen, okay, ja, das ist gerade das große Thema aktuell und da werfe ich mich raus. Aber das war für mich nie so die große Motivation. Finde ich auch gut. Also dieses Nicht-Erzwingen macht, glaube ich, Sinn. Jeder kann wahrscheinlich nur bestenfalls zwei-, dreimal im Leben überhaupt gründen und gründen ist ja auch überwiegend nicht geil, also zumindest nicht nur geil. Das ist ja schon einigermaßen schwer und wenn du es dann nicht für was machst, wo wieder auch ein bisschen brennst, glaube ich, macht es das nochmal deutlich schwerer. Also vielleicht lieber auch, und wenn es zwei-, drei Jahre sind, nochmal warten, ob einem was, wo man selber vielleicht einen Purpose hat oder zumindest das Gefühl hat, es passt gut zu einem oder man wurde, es ist eine gewisse Art von Berufung. Weil ich glaube, wenn man was, verfolgt zehn Jahre lang, wo man nicht hundert Prozent dahinter steht, ist es nochmal deutlich schwerer, jeden Tag aufzustehen und sich selbst zu motivieren und dann noch andere Leute zu motivieren. Ja, also ich glaube, jede Gründung wird auf jeden Fall wesentlich härter, als man sich das vorstellt. so, das sieht immer so schön aus, aber man liest so viele von diesen tollen Geschichten, aber es ist auf jeden Fall ein taffer Weg und ich würde eine Idee auf jeden Fall lange, lange, lange reifen lassen. Also natürlich, du kannst links und rechts überholt werden, ja, aber eine Idee wird eigentlich immer besser, je mehr Leuten du redest, je mehr du dich damit auseinandersetzt, du findest neue Sachen, findest neue Wege, findest vielleicht auch, dass du es doch jemand irgendwie sehr, sehr gut gemacht hast und kannst mit dem dann vielleicht was zusammen machen oder, oder, oder. Und man muss wahrscheinlich so ein bisschen so irgendwie ruhig laufen, Sachen angucken, immer die Möglichkeit haben, sofort loszusprinten, aber nicht zu früh anfangen, loszulaufen. Also wenn ich so zurückgucke, bei Y-Owners denke ich manchmal, ähm, dass, äh, dass, ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Dann hättest du was anderes gemacht? Nein, hättest du es vielleicht nicht gemacht. Da war mein Problem, ich hab das so, ich hab das so gut verkauft, dass ich so schnell, weil du sie verkauft hast, es gibt so schöne Bilder. Ich hab so schnell davon erzählt und die Leute da mit reingezogen, also, dass ich halt die Enginers sofort an Bord hatte und dann bin ich los und dann war, also, ich hätte da entweder mehr, also entweder länger reifen oder schneller zumachen. Aber ich hab zwei Sachen an der Nummer falsch gemacht. Ich bin zu schnell, zu schnell losgelaufen und hab's zu oft versucht, nochmal, 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 nochmal zu machen. Also, hätte einfach den Stecker viel früher ziehen müssen. Aber, ja, ich glaube, bei Ideen kann man sich Zeit lassen und die werden eigentlich immer besser. Und das schreibe ich so. Zudem hat, ich hab gefragt, aber die Frage musst du mir beantworten. Ich kann's mal vorlesen. Also, die gleiche Person stellt die zweite Frage. Also, zunächst die Frage, wie findet man gute Geschäftsideen? Und dann zwei, was macht in euren Augen einen guten Politiker aus? Was sind die wichtigsten Eigenschaften und Skills? Spielt für euch eine große Rolle, was für eine Ausbildung, ein Studium und ein Politiker absolviert hat? Das klingt so ein bisschen wie, ich hätte da eine Antwort, eine Antwort, wenn du keine Ideen hast, nein. Genau, wenn du keine Gründungsideen hast, wer ist ein Politiker, meinst du? Ja, genau. Das klingt so ein bisschen wie eine Entweder-Ode-Frage. Wenn ich das jetzt sage, dann wirkt das wieder sehr moralisierend. Wir können mal mit dem zweiten Teil anfangen. Ich glaube, es sollte keine Rolle spielen, was für eine Ausbildung oder Studium ein Politiker hat. Am Ende sollen die ja die Gesamtheit der Bevölkerung repräsentieren. und wenn jetzt ein Handwerker oder jemand, der ohne Ausbildung trotzdem sozusagen der Sympathieführer seiner Gemeinde geworden ist und die repräsentieren soll, dann sollten unbedingt auch solche Leute im Bundestag sitzen oder im Landtag oder Stadtrat. von daher finde ich, das soll, also vielleicht hilft das, wenn man Politikwissenschaften oder irgend sowas studiert, um das ganze System dann ein bisschen besser zu navigieren. Aber prinzipiell, glaube ich, sollte es auf keinen Fall, es gibt ja, also das Grundgesetz sagt ja auch, dass es irgendwie keine Zulassungsvoraussetzungen gibt oder keine wesentlichen, was die Qualifikation angeht. Von daher Eigenschaften und Skills, also Skills ist eben Politik ist die Skill an sich, also irgendwie verhandeln, mit Menschen reden, über die wichtigen Dinge, eine gute Fähigkeit, sich selbst eine Meinung zu bilden, nicht ideologisch zu sein, sondern viele verschiedene Meinungen gegeneinander abzuwägen und nicht nur das, wovon man eh schon überzeugt ist, sondern irgendwie aus zwei Meinungen eine gute Synthese bilden können oder seine eigene Meinung. Das ist wahrscheinlich eine wichtige Zutat. Zuhören insgesamt ist ein guter Skill wahrscheinlich für Politiker. Man denkt immer, die reden relativ viel, aber eigentlich, glaube ich, müssen die viel zuhören. Und dann natürlich Rhetorik unbedingt. Also man sieht ja, dass jemand, der eigentlich ideologisch komplett ausgegrenzt ist, wie Gregor Gysi aufgrund der Rhetorik dann eben doch einigermaßen beliebt ist im Volk. Das sind so, ich weiß nicht, ich finde Transparenz immer super. Es ist leider keine Skill, die sie sich stark durchgesetzt hat bei Politikern bis heute. Und die wehren sich auch sehr erfolgreich, sozusagen, dass ihnen das vorgeschrieben wird, transparenter zu sein leider. Und das finde ich jetzt persönlich wichtig. Ja, ich halte mich da raus. Ich finde nur, aber also debattieren ist auf jeden Fall so eins der Hauptskills. Und ich finde irgendwie in Deutschland sind wir auch nicht so, also wir fördern das gar nicht so sehr. Man könnte ja auch überlegen, ich finde das fast ähnlich wichtig, das in Schulen zu haben wie Entwicklung oder so. Also IT. So richtige Debattier-Sachen werden doch eigentlich im deutschen Unterricht und so nicht wirklich gemacht, oder? Ja. Wir hatten in Philosophie und Sozialkunde einen relativ guten Lehrer gehabt auch, aber da gab es schon einiges an der Diskussion. Das machst du ja so 11. oder 12. Klasse. Da ist man auch mündig, um zu diskutieren oder informiert zu diskutieren. Aber stimmt, hat zu wenig Stellenwert, glaube ich, Debatte und Diskussionskultur. Und, also, es setzt sich auch gerade sehr stark in Twitter und so weiter fort, dass halt eigentlich kaum um Debatte geht, sondern nur darum, Leute eben entweder schnell zu canceln oder ich glaube, Zuhören und andere Meinungen ertragen können ausgerechnet die Leute, die eigentlich für Toleranz werben wollen, ganz oft nicht. Und die anderen aber auch nicht. Aber von denen würde man es nicht, also, von der einen Seite erwartest du es ja nicht, aber von der, wo du es erwarten würdest oder dir wünschen würdest, da passiert das auch immer weniger, würde ich behaupten. Na gut, bevor wir wieder schlechte Reviews bekommen, weil wir politisch waren, ja, das würde uns nicht, würde uns natürlich nicht abhalten. Wie wird nächstes Jahr bei uns, wenn Amazon hier ist, wird Amazon in Deutschland mir das Essen nach Hause bringen? Amazon ist schon hier. Machen sie schon in München, oder? In Berlin auch? Fresh, meinst du? Fresh haben wir ja. Ja. das ist nicht same, ich glaube, Fresh soft kann same day in Berlin, wenn ich mich nicht irre, oder nur hat es mit viel Glück nur mal geschafft, glaube ich. Genau, was Amazon jetzt gestartet hat, ist ein Service, so ähnlich wie Instacart, also dass sie die Logistik bereitstellen, also das Instacart-Modell ist nicht GoPuff, sondern man geht in ein bestehenden, sagen wir mal, Kaufland, oder dort ist es halt ein, keine Ahnung, Whole Foods, obwohl die gehören ja zu Amazon, ist kein gutes Beispiel, also zu irgendeiner Grocery Chain und kaufst da ein und bringst es dann mit dem Aufpreis zum Haushalt. Und das will Amazon jetzt anbieten für verschiedene Retailer. Das soll irgendwie Amazon Fresh Marketplace heißen. Und ich finde das ehrlich gesagt relativ absehbar. Die haben ja mal diese Payment-Lösung mit dem Handabdruck, Palm Scan, glaube ich, vorgestellt. Erinnerst du dich an der Folge, wovor wir darüber geredet haben? Ja. Da habe ich, wenn ich mich nicht irre gesagt, dass ich glaube, dass Amazon eigentlich so eine Art Operating System für den Offline-Retail bauen wird. Also dass sie die Kundendaten, die Payment-Marge, die Kundenbeziehung, CRM übernehmen, vielleicht die Logistik, also die Auslieferung. Und ansonsten kann sozusagen alles, was nervt, nämlich das Handling der Ware im Shop und die Kapitalbindung in den Immobilien und im Store, dessen kann Amazon sich eigentlich super entledigen. Und letztlich machen sie das Gleiche wie in ihrem eigenen Online-Store auch. Da ist ja auch zwei Drittel Marketplace und mehr. Von daher glaube ich, ist es schon total spannend. Und es wird relativ klar, dass Amazon auf zwei Dinge setzt. Also einerseits den Exzess zum Consumer, also den Kundenzugang. Deswegen glaube ich, bauen sie auch, statt jetzt selber einen schnelleren Service aufzubauen, eher einen Kühlschrank in die Küche. Und wer dann am Ende sozusagen das liefert, ist ihnen fast egal, solange es auf Amazon-Infrastruktur läuft, sowohl auf technischer Marketing, aber auch eben Logistikseite. Genau. Und ich glaube, das ist eigentlich die Strategie, bei Amazon ist es normalerweise nicht so durchsichtig. Das heißt, vielleicht steckt irgendwas noch dahinter, was ich nicht sehe, aber ich glaube, insofern ist es zumindest relativ klar, dass sie sagen, wir wollen gar nicht diese ganzen Stores besitzen, aber wir wollen eigentlich alles, was Software ist in dem Store, was vielleicht Marketing auch ist, was den Kunden und Kundendaten betrifft und eben unser Logistiknetzwerk weiter auszuholen. Also sie haben ja eh irgendwann eine hohe Anzahl von Amazon Flex Riders oder vielleicht später auch autonome Drohnen auf der Straße und das jetzt aufzubauen und immer besser auszulasten und auch das wieder dritten Parteien zur Verfügung stellen, ebenso wie ihre Offline-Logistik für den Online-Handel, ist einfach nur schlüssig. Also sie machen halt das, was sie überall machen, was sie in dem Online-Store machen, was sie mit AWS machen, was sie mit Logistik machen. Sie bauen selber Kapazitäten und Lösungen auf und stellen die anderen zur Verfügung und subventionieren ihr eigenes Business damit letztlich. Und ich meine, das führt am Ende dazu, dass sie aus jedem Retail-Betrieb eine Marge bekommen und es ist dann irgendwann vielleicht egal, wo du einkaufst, weil Amazon immer mitverdient. Könnte es dann so sein, dass irgendwann diese Fast-Delivery-Dinger eigentlich voll Amazon innen und außen sind und nur noch irgendwie ihre eigene Brand haben, ihre Fahrer und die Miete? Das glaube ich, das würde ich wiederum anders sehen. Ich glaube ja eher, dass das im Moment das größte Risiko für Amazon ist oder eins der größeren Risikos, dass sie diese Kundenbindung wirklich verlieren. Dazu sind im Moment die Apps alle noch nicht gut genug. Die Liefererfahrung ist gerade ein bisschen unterschiedlich. Oft dauert es relativ lang und die Qualität scheint auch bei allen Anbietern ein bisschen zu leiden. Aber bei mir zu Hause stimmt es noch, ehrlich gesagt, ganz gut. Aber das ist eigentlich die Gefahr, dass man genau diese Kundenzugang verliert. Aber Amazon ist die Antwort, ich meine, die könnten letztendlich, wenn du davon ausgehst, dass wahrscheinlich mittelfristig immer innerhalb von zwei Kilometern irgendwo so ein Flexdriver rumjettet gerade, könnten sie wahrscheinlich ein ähnliches Versprechen schaffen. Zumindest eine halbe Stunde, Stunde sollten sie gut schaffen damit. Der muss halt in einem normalen Supermarkt picken. Das ist eigentlich sehr ungünstig. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass sie irgendwann auch nochmal zukaufen in dem Bereich. Aber eigentlich ist es halt viel CapEx, was sie kaufen. Mit Personal können sie ganz gut umgehen. Das sind sie gewohnt, dass sie ein sehr personalintensives Gewerbe sind. I don't know. Let's see. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Weihnachtsparty am Dienstag. Und es gibt vorher dann aber eine normale Folge? Oder hinterher? Wir machen vorher eine kurze Folge. Machst du Glühwein? Wir kommen zu dir, habe ich beschlossen. Wir lassen uns testen und boostern und dann kommen wir zu dir. Genau. Ich stelle ein bisschen Glühwein, würde ich jetzt nicht machen, aber Wein auf jeden Fall. Kauf ruhig zwei Tetrapaks. Wir sind ja zu dritt. Okay. Ach, Jan will auch trinken. Ich habe gedacht, jetzt ist still. Passt auf, dass wir nicht einschlafen. Ich freue mich auf. Ich erwarte tausend Leute, sage ich jetzt einfach mal so. Muss ich ein Mikro mitbringen? Nee. Ja, nimm mal besser mit. Wir schreiben nochmal mit Jan, was wir brauchen. Obwohl, ich habe ja auch noch eins. Wir kriegen ja den Brosten, muss nichts mitbringen. Ich bringe Zahnbürste mit. Genau, Zahnbürste mitbringen. Das wäre auch gut. Dann negativen Tests wäre gut. Und gute Laune. Falls ihr dabei sein wollt, ihr habt noch einen Tag Zeit. Also jetzt Mittwoch, 15. Dezember ist die letzte Chance. Einfach Screenshot von uns im Player auf Twitter, LinkedIn oder Instagram. Du darfst es dir erzählen mal falsch. Das haben erstaunlich viele Leute bald verstanden. Was ist denn daran falsch? Also man muss es erst öffnen. Also man muss diesen Screenshot öffentlich posten. Das ist der wichtige Teil. Weil die Leute uns alle irgendwelche Screenshots schicken. Aber eher vom Player und nicht von dem Posten. Ja, wie auch immer. Genau. Macht, was ihr schafft. Und dann schicken wir euch die DM, die Einladung und ja, es wird ein Fest. Und du hast bis dahin dann auch ein Tool, was 1000 Leute plus aushält. Ja, ja, ja. Easy, easy, easy. Wenn ich, was ist nochmal, Clubhouse schafft nicht tausend. Doch, Clubhouse schafft 5000, aber nee, wir machen mit Video und allem, das wird super. Okay. Ich freue mich richtig drauf. Also in diesem Sinne habt ein schönes Wort. Was sind die, mach mal eine NFT-Prediction noch. Was haben wir bis zum Wochenende oder bis zur Weihnachtsfeier noch passieren in der NFT-Welt? Ach so, ich hoffe, dass sich hier mein Clown noch ein bisschen nach oben entwickelt. Ja. Aber sonst. Was ist die nächste große Coop? I don't know. I don't know. Müsst ihr Jürgen folgen auf Twitter, der wird euch das nichts Wie hieß die, Supreme wurde auch neulich gekauft von diesem Sammelsorium von Marken. Wäre Supreme nicht, könnt ihr nicht sauviel verkaufen sofort mit Drops und so an Klamotten? Ja, also ich glaube, nächstes Jahr wird auf jeden Fall die Luxusmarken-NFT. Aber kann ich das nicht ficken? Das kann ich doch genauso ficken wie jedes andere Ding auch. Oder klicke ich dann auf ein Zertifikat im Metaverse und gucke, guck doch mal auf OpenSea. Guck doch mal auf OpenSea, da gibt es unheimlich viele Fake-Dinger, die dann kopiert sind und alles, die alle, für nichts laufen. Aber kann ich dann so den Avatar anstupsen und gucken, ob da ein Zertifikat-Card dran klebt oder so im Metaverse? Ja, du kannst alles immer anschauen, was wo liegt und so. Also das ist schon mega transparent. Funktioniert schon besser, als wenn du irgendwie ein paar Sneaker auf dem E-Commerce-Shop kaufst. Wird Patagonia ins Metaverse gehen? Nee. Die wollen ja unter dem Radar bleiben. Die wollen ja nicht die ganzen Tech-Nazis wie Klamotten tragen. Okay, ich bin mir sicher, es wird irgendwas passieren bis nächste Woche und wenn nicht, schauen wir einfach, ob dein diskriminierter Körper, wie heißen die überhaupt, haben die Namen? Klon? Klon, das ist ein Klon? Klon. Okay, ob dein diskriminierter Klon unter Diskriminierung leidender Klon bis dahin wertvoller geworden ist in der Sicht der NFT-Gemeinde. Bis dann, tschüss, tschüss. Bis dann, tschau tschau.